Und dann reden wir nur von Technik? Ja. Also dann zählen wir kein Personal und sowas? Nee. 24 Stunden Deska-Day-Toder. Ja, da sehe ich uns. Das ist so geistenskrank, das ist schon wieder gut. Ja! Ich habe jetzt zweimal in meinem Leben Hobby zum Beruf gemacht, bin Risiko gegangen. Ja. Dann machen wir das jetzt auch. 1255. 1255 Kommentare. Schönen guten Tag, Freunde der Sonne. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom sagenumwogenden Dizzy-Cast, der immer noch keinen anderen Namen hat und wir wundervolle Gäste haben. Und heute haben wir wirklich einen sehr besonderen Gast, denn dieser Mensch hat für die Sim-Racing-Community sehr, 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 sehr viel gemacht und ihr dürft ihn heute gerne mal hier kennenlernen. Und zwar der gute Boris. Moin, Boris. Hallo, moin. Freue mich echt hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Aber wir müssen das wahrscheinlich so wie immer machen. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und warum du eigentlich hier bist. Ja, wer ich bin, du hast ja gerade schon gesagt, ich bin Boris, bin der Gründer und Entwickler von LFM. Dem einen oder anderen möge das vielleicht ein Begriff sein, hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Und ja, warum ich hier bin, ich meine, wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht, das ist aber, glaube ich, schon zwei Jahre her. Ja. Und ja, wir haben uns gedacht, wir machen einfach nochmal eine neue, weil es ist ja viel passiert in der Zwischenzeit und deswegen bin ich heute hier. Diese Folge, die wurde wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich viel geklickt und das haben wir auch einfach so bei, im Stream haben wir das live gemacht vor einer Weile. Also. Stimmt, stimmt, das war im Stream, ja. Das war nicht mal eine richtige Podcast-Folge. Ja, ja. Könnte man sagen. Ja, Boris, Mensch, wo fangen wir denn am besten an? Wir zwei Behübschen, wir kennen uns ja schon eine Weile und wir haben uns eigentlich auch immer was zu erzählen. Also das Vorgespräch lief auch schon anderthalb Stunde. Man tauscht sich ja dann so ein bisschen mal aus vorher. Aber vielleicht kannst du mal so deinen Werdegang im Simracing kurz ausholen, bevor der große Schritt kam. Also ausholen, okay. Du kannst, Boris, hol aus. Ich kann ganz, ganz weit ausholen. Boris, mach, hau rein. Mein, infiziert mit Simracing wurde ich eigentlich schon in den 90ern, ja. Wow. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen, wie sagt man, älteres Semester. Wie alt bist du, Bo? 45. Okay. Du siehst aus wie 30. Ja, danke. Dankeschön. Ja. Ja, wie gesagt, ja, ich bin ja schon 45. Ich bin, in den 90ern habe ich da schon angefangen mit, wie hieß das damals, Microphone Scrapry 1 auf einem, was war das, Atari, Atari ST oder so. Äh, also, also schon sehr, sehr lange her. Ja, ich hatte sogar damals schon, äh, eine Art Wheel, ja, zu der Zeit. Also, ja, ich war schon sehr, sehr früh infiziert. Das war auch gerade die Zeit mit Michael Schumacher in der Formel 1 und so, wo das losging. Na, ähm, da war ich natürlich auch dabei, hier sonntags morgens früh aufstehen, mit der die Formel 1 gucken und so Geschichten. Ähm, dann, dann war ich lange tatsächlich raus. Äh, war dann in der Musikbranche unterwegs und hab da mein, mein Brot verdient. Und, ähm, bin dann erst wieder zu R-Faktor-1-Zeiten mehr oder weniger eingestiegen. Hatte damals schon, äh, auch Verantwortung in der Liga tatsächlich. Also, äh, Orga-technisch und sowas war ich da schon immer unterwegs in, in, ähm, Simracing. Wir hatten eine Formel 1 Liga damals, äh, mit einem eigenen Mod für R-Faktor 1. Und der Mod war so beliebt, den konntest du auch nur haben, wenn du in dieser Liga gefahren bist, ne. Das war, das war damals sehr wild und alle wollten in diese Liga rein, weil es immer so die aktuellen Formel 1 Autos für R-Faktor 1 halt eben waren, äh, und, ähm, ja, damit hat das dann wieder angefangen. Da bin ich lange selbst gefahren, hab auch kommentiert. Wir haben damals dann Replays nachkommentiert und haben das auf YouTube geladen und so. Und, äh, dann kam irgendwann, was war das? War das schon? Ne, genau. Da kam noch GTR, die ganze GTR-Geschichte, GTR 1, GTR 2 und so. Da war ich auch lange unterwegs. Dann, äh, kam R-Faktor 2 und Assetto Corsa relativ kurz nacheinander. Ähm, dann war ich lange in Assetto Corsa unterwegs, allerdings nicht online oder Liga-technisch, einfach nur so rumgefahren. Und dann kam iRacing. 2008 wurde iRacing released. Dann war ich sehr, sehr lange in iRacing unterwegs. Zehn Jahre lang. Bis Assetto Corsa-Kompetitionen kamen. Das war ja 2018 mit der Early Access. Und, äh, ja, bin da aber noch weiter iRacing gefahren, weil eben R-CC nur ein Early Access war. Und es gab nichts, außer damals den Lambo und den Nürburgring. Ja, und so, dann, dann kam R-CC 1,0. Das weiß ich noch. Da war dann der ganze Content von der 18er-Saison vorhanden. Alle Strecken, der Online-Modus war da und so weiter und so fort. Ich fand R-CC damals ziemlich cool. Hat mich irgendwie dann nach zehn Jahren iRacing mehr abgeholt, so in dem Moment, weil ich dachte, okay, moderne GT3s. Habe ich Bock drauf. Dann bin ich viel R-CC gefahren und habe dann relativ schnell gemerkt, da fehlt was. Du hast halt nur Public Server gehabt oder diese CP-Rennen. Und, äh, ja, dann habe ich wieder angefangen zu streamen. Und, äh, irgendwann dachten wir, lass mal eine eigene Liga machen. Äh, dann haben wir eine Liga aufgezogen. Damals mit Zappi, den kennst du ja auch noch sehr gut, ja. Ja, ja, ja. Äh, mit Zappi eine Liga aufgezogen. Damals auf RaceApp, ja. Und ich hatte relativ schnell dann gemerkt bei RaceApp, okay, das nervt so. Die Administration dort und so. Das ist alles nicht so das, was ich gerne machen würde. Und da ich ja tatsächlich gelernter, ähm, Entwickler bin, dachte ich, okay, ich mache das jetzt einfach selber. Dann habe ich eine Webseite gebaut, äh, wo wir die Liga mit administriert haben, sind dann nach dem ersten Rennen von RaceApp direkt umgezogen auf die eigene Webseite. Und, ähm, ja, dann haben wir da die Liga gemacht, äh, gestreamt, Zappi hat kommentiert. Und das war relativ erfolgreich. Ich meine, gut, das waren nur 40 Leute damals. Also eigentlich nichts im Vergleich jetzt zu heute. Äh, ja, du, 40 Leute sind viel in der Liga, du. Ja, 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 das schon. Aber ich, ich rede jetzt alleine vom Portal, ja, von der Webseite an sich. Ähm, und, äh, mir hat dann aber so neben dem Liga-Betrieb so dieses Daily Racing gefehlt, was du eben in iRacing hattest, ne? Ja. Und dann dachte ich mir, komm, versuch's einfach. Ich baue das jetzt auch, ne? Ja, und dann hab ich angefangen. Ich glaub, drei Monate Netto-Entwicklungszeit, bis wir am 28.12.21, mein ich, müsste das gewesen sein. Ja, wir werden dieses Jahr, drei Jahre alt, ja. Ja, ja, am 28.12. war Season 1, Tag 1, Laguna Seca, weiß ich noch. Da hab ich noch einen Stream gehabt, hab dann die Community angebettelt, meldet euch mal an, lasst mal mitfahren, so. Ich hab hier was Neues. Und dann sind wir mit zehn Mann Laguna Seca gefahren, mittags um eins oder so. Das war das erste Rennen überhaupt. Und, äh, ja, seitdem ging's eigentlich nur noch bergauf mit der Plattform. Ähm, es hat dann langsam Kreise gezogen, äh, wir haben dann so Season 2 das erste Mal mit zwei Serien, äh, gefahren, eine Sprint und, äh, eine längere Serie, die es ja heute immer noch gibt, die 25 und 45 Minuten. Ja. Und, äh, es wurde immer mehr, immer mehr, ich hab immer weiterentwickelt, dann haben wir ein Safety Rating mit eingebaut, weil am Anfang hatten wir nur ein pures Elo ohne Safety Rating. Ähm, ja, dann hab ich eben ein Safety Rating mit eingebaut und, ja, dann hat sich das so weiterentwickelt. Und jetzt sind wir da, wo wir sind, ja. Es kamen dann immer mehr Content Creator dazu, die bei uns gefahren sind, äh, denen den ACC offensichtlich auch was gefehlt hat. Und dann hat sich das so explosionsartig, äh, entwickelt. Ich glaub, der erste war Mavix mit nem Video. Damals, 2022, da haben wir an einem Wochenende, glaub, 3000 Neuenmeldungen gehabt. Und, äh, insgesamt, äh, waren wir dann am Ende vom zweiten Jahr schon bei, ich glaub, 20.000, ich muss mal eben schauen. Kommt hin. Jetzt muss ich ja tatsächlich mal gucken. Also, zwei, ja genau, 22, nee, 22, Ende 22 hatten wir schon 60.000, 70.000, ja. Ja, das, äh, das war wild. Ich hab auch gerade vor kurzem mal durchgerechnet, so, die Gesamt-Userzahl und die Tage, seit wir online sind. Und wir haben tatsächlich einen Userschnitt-Overall von Neuanmeldungen von 200 Usern jeden Tag, seit es die Plattform gibt. Ich möchte übrigens, ich hab gerade geguckt, wer zuerst da war. Ja, also ich war noch vor, 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 vor Mavix da, das möchte ich mir jetzt ganz kurz auf die Brust schreiben. Warst du, warst du tatsächlich? Ja, war ich, sogar, äh, also ein paar User vorher noch, also ein paar mehr. Bin 1118 gewesen. Oh, das ist wirklich, das ist, das ist, das war relativ früh, ja. Das war sehr früh. Ganz am Anfang, das war noch ganz am Anfang. Ja, da hast du, das weiß ich auch noch, da haben wir beide. Ich glaub, das war noch deine Trustmaster-Zeit, ja, mit dem Race-Room-Rick oder was das war, was du hattest. Ja, da hast du mich, äh, gefragt gehabt, ob ich, äh, ob ich das mal ausprobieren möchte. Da warst du ja im Stream und hast geguckt und, äh, dann bin ich da bei euch gefahren. Stimmt, 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 stimmt. Ja, ja. Oh, das ist schon echt so lange her. Ja. Das war auch noch, das war auch noch die alte Wohnung, an die ich mich noch erinnern kann, mit dem, mit dem runden Fenster im Hintergrund. Ja, ja, ja. Richtig. Das ist schon sehr lange her, ja. Das ist wirklich sehr lange her, ja. Ja, aber seitdem, äh, also. Ja, dann hat's dich ja auch erwischt, mit dem Racing komplett. Das auf jeden Fall. Also, ich bin ja, ich weiß gar nicht, was, ich weiß gar nicht, wie viele Rennen ich bei euch habe. Aber ich bin ja auch meistens irgendwann nur noch die lange Serie gefahren. Ich guck gerade mal rein, aber es waren, glaube ich, auch schon so 800 oder so. Mal gucken. Stimmt einiges, ja. Nee, 500 tatsächlich nur. Ich weiß nicht, ob die Endo-Rennen werden ja auch mitgezählt bei den Rennstarts, oder? Ja. Ja, 547. Also auch. Also alles, auch Ligen oder Cups oder sonstiges. Ja, ja. Ja, ja. 500, äh, 500 Starts. Immerhin 500 Rennen. Ist doch gut. Ja, ich bin nicht, wie gesagt, ich hab ja auch irgendwann gewechselt. Das war ja dann nur noch, ähm, die, die lange Serie. Da bin ich ja nicht mehr so viel gefahren wie am Anfang. Am Anfang, weiß ich nicht, aber ja, zehn Rennen am Tag gefahren oder so. Aber man wird ja auch nicht jünger, das weiß ich ja selber auch, ne? Ja, das weiß ich auch, ja. Ich komm ja mittlerweile fast gar nicht mehr zum Fahren. Ja, du entwickelst sehr viel jetzt momentan, oder? Ja, ziemlich viel, ja. Läuft ein bisschen bei dem Hintergrund. Ja, der eine oder andere wird's schon gesehen haben, auf Twitter haben wir sie angekündigt, dass wir an AMS 2 arbeiten. Das wird, glaub ich, so das nächste größere Ding, was jetzt kommt. Aber wann steht noch in den Sterben, das weiß ich nicht. Das liegt auch nicht in unserer Hand jetzt im Moment, äh, von daher, äh, aber abwarten. Das wird gut. Das wird gut. Wie bist du denn... Auch mal Abwechslung. Wollte ich grad sagen, das wird fantastisch. Also ich freu mich da selber sehr drauf. Das wird für mich auch so ein Einstieg wieder werden, äh, wenn da nicht so Gurkenstrecken sind, wo ich auch, äh, reingehen werde, definitiv. Die meisten wirst du von iRacing kennen, Streckentechnik. Ja, natürlich, klar. Ähm, aber mal was anderes fahren ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja. Wie bist du nur auf den Trichter gekommen von, ich mach jetzt Musik, äh, das Musikding kannst du übrigens auch kurz mal ausholen, weil da warst du ja auch nicht so, äh, unpopulär, würde ich mal behaupten. Das stimmt. Wie bist du... Kann man so sagen, ja. Naja, wenn ich mich richtig entsinne, hast du doch auch Love Parade gespielt, oder? Richtig, ja. Ich hab, äh, 2006, die letzte in Berlin, hab ich, hab ich tatsächlich auf der Love Parade noch gespielt. Äh, ich hab auf der Mayday hab ich gespielt. Also Leute, die, die sich damit auseinandersetzen, wissen, dass Nature Won, ähm, dann auch Festivals im Ausland, damals gab's leider Tomorrowland noch nicht. Äh, das hätte ich gern noch mitgenommen. Ich war jetzt sogar am Überlegen, ob ich nochmal ein Comeback wage, nur um aus Tomorrowland zu spielen. Oh, okay. Ja, aber, ähm, nee, ich hab gar keine Zeit dafür, also das fällt leider flach. Ähm, aber ja, musiktechnisch, ich mein Ende der 90er, ich hab, ähm, damals auch zu der Zeit, wo ich viel Simmercing betrieben hab, in den 90ern, hab ich auch, äh, Techno gehört, ja, so, so diese Anfangs-Rave-Zeit, 495 mit Marusha und Westbam und wie sie alle hießen damals. Und, ähm, ich hatte dann, äh, eine Übertragung von der Mayday auf Viva damals gesehen. Viva kennt vielleicht der eine oder andere noch. Schöner Musiksender, gibt's ja alles nicht mehr. Ähm, und da hab ich mir dann geschworen, das ist cool, das will ich auch mal machen. Ich will da mal stehen. Ja, und dann hat das angefangen. Hab ich mich damit auseinandergesetzt, wie produziert man, äh, hab mir das eigentlich alles selbst beigebracht. Ich hatte musikalisch überhaupt keine Ahnung, also wirklich gar keine, und, äh, hab mir das so selbst beigebracht, hab dann so rumgespielt und, äh, irgendwann, ähm, gab's eine Internet-Plattform, die nannte, oder nannte sich Uptracks, die haben mit Sunshine Live zusammengearbeitet, so ein Nachwuchsportal. Ja. Da hab ich dann mal ein paar Tracks hochgeladen gehabt, äh, die liefen dann tatsächlich auch im Radio, die hatten so eine Radioshow. Cool. Ähm, die liefen dann dort im Radio und dann hab ich den Moderator der Sendung persönlich kennengelernt, weil damals war der Sender noch in, in Schwetzingen, das war von mir 10 Kilometer, da bin ich sonntags einfach mal hingefahren, so, weißt du, so, no risk, no fun, einfach mal mehr als sagen, verpiss dich, können sie nicht. Ja. Und, äh, da hab ich den Moderator kennengelernt und der war auch zufällig, hat der gearbeitet bei Uptracks. Ja. Also einer der Geschäftsführer und die haben Entwickler gesucht. Oh. Dann bei mir direkt so, nee. Alles klar, ja, ich kann entwickeln. Und dann hat sich, das ist immer so ins Gespräch gekommen, wir waren dann auch befreundet, ich hab dann tatsächlich angefangen zu arbeiten, ähm, hab dann entwickelt, die hatten auch ein eigenes Tonstudio, da hab ich irgendwann sogar das Tonstudio übernommen, äh, hab dann auch Auftragsproduktionen gemacht und hab mich da weiterentwickelt, produktionstechnisch, ähm, dann kamen meine ersten wirklichen Releases auf den Markt, so Anfang der 2000er, so 2001, glaub ich, war das erste wirkliche Release auf Vinyl damals und dann ging das erst richtig los, ähm, dann hab ich auch angefangen aufzulegen und, ähm, ja, von heute auf morgen, von 0 auf 100 irgendwie, dann ging das los, äh, wurde gebucht, Clubs gespielt, dann kamen die Festivals dazu, ähm, ich, in der Nische, in der ich unterwegs war, das war Hard Techno damals, ähm, war relativ klein und neu, gerade in Deutschland, das waren nur ein paar Künstler, ähm, da war ich direkt von Anfang an mit dabei und das war dann natürlich, sei mal praktisch, wenn du in der Nische bist, hast du es einfacher Erfolg zu haben, vor allem, wenn es nicht viele gibt und, ähm, ja, dann, äh, ging das da relativ schnell, dass ich da einer der Top-Künstler war im Hard Techno damals und eben weltweit getourt hab und das bis 2012 hauptberuflich, ich hab wirklich nur Musik gemacht zu der Zeit, jedes Wochenende on Tour gewesen, hab dann 2012 wieder angefangen zu arbeiten und die Musik ist ein bisschen in den Hintergrund gegangen und dann 2016 hab ich komplett mit Musik aufgehört, ja. Und jetzt, äh, mach ich LFM. Jetzt mach ich LFM, ja. Ja, das ist auch irgendwie ein wilder, ein wilder Cut, muss ich sagen, ja, wenn man sich das so überlegt. Ja, wenn man sich mal überlegt, du hast einen Banger gezündet und dann hast du gesagt, na gut, jetzt mach ich erstmal nochmal und dann hast du nochmal einen Banger gezündet. Ja, im Prinzip jetzt zweimal das Hobby zum Beruf gemacht, ja. Ja. Also das zweite Mal schon. Aber wie kamst du denn jetzt auf den Trichter zu sagen, so, boah, ich hab jetzt keinen Bock mehr auf Musik, ich mach jetzt Entwicklung, wieder? Ah, ich meine, ich hab ja während der Musikzeit immer noch nebenher viel entwickelt. Ja. Ich hab noch für Uptracks sozusagen nebenher gearbeitet, hab denen ihr Portal weiter gepflegt und so und, ja, Entwicklung war schon immer so ein Ding, was ich gemacht hab und 2016, als ich mit Musik komplett aufgehört hab, war eben auch die Auftragslage war relativ schlecht, die Clubs haben zugemacht reihenweise, äh, die Leute hatten kein Geld mehr, das heißt, da ging's mit Bookings auch bergab, hab ich gedacht, okay, zum Glück kann ich ja was, ich kann ja entwickeln, also geh ich jetzt mal in den Bereich, weil ich muss ja auch, ne, essen und so, geht ja nicht ohne Geld. Ähm, deswegen, das war eigentlich der einzige Grund. Also, es war nicht, weil ich keine Lust mehr hatte, Musik zu machen, sondern es hat sich einfach nicht mehr rentiert, ähm, es war, war zu, zu wenig zum Leben. Deswegen bin ich dann voll auf Entwicklung und, äh, Beruf gegangen, der, allerdings auch in der Musikbranche, davon abgesehen, ich hab bei einem, dann 2016 bei einer Plattenfirma, bei einem Vertrieb mit Plattenfirma gearbeitet und hab dort denen ihre Vertriebssoftware entwickelt, ähm, insofern, was mir am Ende geholfen hat, auch für LFM, weil ich halt immer in diesem Thema Entwicklung noch nebenher mit drin war, mich da auch weiterentwickelt hab, insofern war das, war das Glück eigentlich, ja. Okay, und dann hast du dich dazu entschlossen, ein paar Jahre das zu machen und dann bist du hier reingerutscht irgendwie. Ja, tatsächlich, ähm, ich hab dann dort gearbeitet, äh, relativ lange bis 2018 und 2018 hab ich dann schon mal eine Firma gegründet, weil, äh, der Firma, bei der ich gearbeitet hab, der ging's finanziell nicht mehr so gut, ja, dann kennst du das, da werden Leute entlassen oder Abteilungen werden ausgelagert, dann wurde im Prinzip die IT-Abteilung, da haben wir eine Firma draus gemacht und haben die Software für die mitgenommen und, ähm, ja, dann haben wir das gemacht, ich war dort Geschäftsführer, ähm, wir haben die Software dann im Prinzip selbst vertrieben an andere Vertriebe und so, das war dann das, was ich gemacht hab, aber das hat mich nicht erfüllt, sagen wir mal so. Äh, es war nicht so das, was ich machen wollte und dann, ähm, mit ACC eben und dann, äh, dem, was sich da, äh, nebenher entwickelt hab, hat sich dann die Chance ergeben, eben letztes Jahr, es ist tatsächlich erst seit letztem Jahr, ich hab bis 2020 gearbeitet, normal, äh, ne, Quatsch, letztes Jahr war ja 23, sorry. Also bis Ende 22 hab ich normal gearbeitet und, ähm, hab dann 23 gesagt, jetzt oder nie, weil LFM lief so gut, das Portal lief gut, es, ähm, die Patreon-Zahlen hätten mich finanziert, komplett alleine, also dass ich davon leben kann, hab ich gesagt, okay, alles klar, ich wage den Schritt, wir machen eine Firma draus und, äh, ja, jetzt ist es seit letztem Jahr eine Firma und, äh, ich kann davon leben, ja. Und in der anderen Bude hängst du auch noch drinnen? Ne. Ah, da bist du komplett draus. Hab ich verkauft. Ach, hab ich verkauft. Ah, das gab doch bestimmt ein ordentliches Sümmchen. Ne. Nicht? Ne. Oho. Tatsächlich nicht, ja, das sind wilde Dinge passiert, sagen wir es mal so. Ah, okay. Weil die, die Firma, aus der wir ausgegründet wurden, die haben dann angefangen, uns wieder so Stück für Stück zurückzukaufen. Ja. Und haben uns versucht rauszudrängen und so, so Business-Gabe halt, ne? Ja. Und, ähm, am Ende hieß es, ja, entweder ihr verkauft zum Nominalwert, also zum Gründungswert von der Firma oder, ähm, wir ziehen die Anteile komplett ein. Oh, okay, ich verstehe. Ja. Dann lief das so, okay, ich hab im Prinzip schon das Doppelte wieder rausbekommen, was ich eingelegt hatte, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, juhu, ich kann jetzt drei Jahre davon leben, ganz im Gegenteil. Ja, okay. Ja. Es war nicht so viel. Naja, gut, aber man muss ja immer in Vorkasse gehen, wenn man einen Traum hat, ne? Irgendwie. Richtig, ja. Ich meine, du bist ja jetzt bei LFM wahrscheinlich auch ordentlich in Vorkasse gegangen. Tatsächlich nicht. In Vorkasse mit Arbeitszeit, meinte ich jetzt. Ja, das auf jeden Fall. Also nicht finanziell, sondern. Ja, also das Gute war ja eigentlich, also zu dem Zeitpunkt, als wir die Firma gegründet haben, hat LFM ja schon auch finanziell funktioniert. Ähm, weil wir hatten ja Patreon vorher eingeführt und so weiter und so fort. Das lief alles auf mich privat, aber das Geld, was da ankam, das habe ich sozusagen, das habe ich nicht ausgegeben. Ich habe das liegen lassen und damit dann die Firma gegründet. Ja. Und das Geld in die Firma gesteckt, sozusagen. Ja, und deswegen hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert. Wir haben ja auch vom Start weg Umsatz gehabt, das war auch witzig bei der Bank. Die wollten erst mal einen Gründungskredit und sowas natürlich andrehen. Als ich dort zum Kontogespräch dort war, habe ich meine, nee, brauchen wir nicht. Ja, wie braucht ihr nicht? Ja, nee, es ist alles gut, wir haben Umsatz schon. Ja, wie, ihr macht doch erst die Firma auf, so, ja. Gibt's halt schon vorher, oder gab's schon vorher. Ja. Wir haben schon Umsatz. Ach so, ja gut, okay. Das war, die haben das erst nicht wirklich geglaubt, so, aber, ähm, es war ja dann halt direkt Geldfluss da, auch jeden Monat und da war die Bank glücklich. Das ist doch schön. Und was, äh, was ist so bei dir jetzt, also, hättest du dir selber ausgemalt, dass das mal so eine Form annimmt, als du damit begonnen hast? Nee, nie, nie, überhaupt nicht. Also, dazu muss man sagen, ich hab das, was ich mit LFM gemacht hab, hab ich schon mal im Kopf gehabt, vorher, für, wie hieß das damals, Project Cast 2. Ja. Ja, also, das war auch so eine Sim, klar, das war nicht auf dem Level von iRacing oder so, aber hat mir persönlich zwischendurch auch mal Spaß gemacht. Und die hatten eben auch nix, was online angeht. Und da hatte ich die Idee schon mal und hab da sogar angefangen gehabt, was zu entwickeln, hab's aber nie fertig gemacht, weil, äh, dann kamen andere Interessen dazwischen, dann kam ACC und weiß der Geier und dann bin ich wieder viel iRacing gefahren und es ist flach gefallen. Ja, und dann eben mit, mit LFM, äh, dachte ich, okay, jetzt probierst du's halt nochmal. Für LFM, für ACC und ich hätte niemals zu dem Zeitpunkt gedacht, dass das so funktioniert. Also, null. Ich hab damit überhaupt nicht gerechnet. Deswegen hatten wir zwischendurch auch richtig Probleme mit Performance von der Page und so weiter und so fort, weil uns die Leute überrannt haben. Das, ja, überfordert so zwischendurch, so scheiße, das läuft zu gut. Das läuft zu gut? Ja. Okay. Das war, war schon, war schon wild, ja. Aber mittlerweile, aber wenn ich auch überschlage, was wir jetzt an, an laufenden Kosten haben, alleine um technisch den Betrieb aufrechtzuerhalten, gegenüber dem Anfang, das ist halt mal fast eine Verhundertfachung an Kosten. Äh, also, ist es möglich, darüber zu sprechen, dass Leute sich das vielleicht mal ausmalen können? Also, ich mein, musst du nicht, aber es wäre ja vielleicht mal ganz interessant. Ich sag mal so, allein um die Technik am Laufen zu halten, bist du fast fünfstellig. Monatlich. Und dann reden wir nur von Technik? Ja. Also, dann zählen wir kein Personal und sowas? Nee. Okay. Da steht schon ein bisschen was im Hintergrund, denke ich. Ja. Also, nicht nur ein Server irgendwo. Das ist explodiert mit den Userzeilen, weil du musst ja skalieren, ne? Das ist halt einfach so. Je mehr Leute, je mehr Dampf brauchst du hinten dran und je mehr Server brauchst du und Gameserver und dann haben wir auch Server in USA und weiß der Geier und das kostet alles Geld, ja, am Ende. So ist das. Aber, äh, ich will mich nicht beschweren, es funktioniert. Also, es hat sich gelohnt. Ja. Auch teilweise mit der Technik in Vorkasse zu gehen. Wie sieht's denn aus mit, äh, mit Menschen, die so mitwirken? Also, ich mein, du hast ja schon gesagt, Sapi und du haben damit angefangen. Wie ist das denn irgendwann so verlaufen? Das ist auch relativ schnell explodiert dann. Wir hatten, wir hatten ja klar Leute, die bei uns im Team gefahren sind, ja, die dann teilweise auch Sachen übernommen haben und irgendwann haben wir Stewards gebraucht und wir haben immer angefangen Leute zu suchen und, äh, mittlerweile haben wir echt einen riesen Stab sozusagen an Leute hinten dran, die aber nicht alle dafür was kriegen, ja. Also, da musste ich nochmal einen riesen, äh, meinen Hut ziehen vor jedem Einzelnen, der das macht, weil er Bock drauf hat, weil, äh, die lieben die Plattform, die lieben Simracing und die machen das, weil sie Bock drauf haben, da was mit zu bewegen und an der Vision, sagen wir mal, die wir mittlerweile haben, auch weiterzuarbeiten, damit das, ähm, richtig erfolgreich wird für die Zukunft und, ähm, ja, wir haben mittlerweile, ich krieg, ich weiß nicht mal mehr, wie viele Leute das genau sind, aber mit, also wenn ich mal die Stewards in Somit einreiche, sind das weit über 30, die, die da involviert sind. Natürlich der eine mehr, der andere weniger, die haben auch alle Jobs, so, die machen das alle nebenher und somit verteilt sich viel auch über viele Köpfe hinweg, aber, ähm, ohne die Leute wäre das natürlich alles nicht möglich. Also alleine, ich könnte das nicht machen, das geht nicht. Ich kann da nicht entwickeln, Stewarden, äh, Support, Discord, weiß, weiß ich, ich meine, der Discord alleine hat 50.000 User, ähm, da ist das komplette Support-System drin, da jeden Tag kommen da, was weiß ich, 100 Tickets rein, äh, die muss da irgendeiner bearbeiten. Das ist, äh, das ist schon heftig, ja. Also der Aufwand, den wir betreiben, damit das so läuft, wie es läuft, ist riesengroß. Wie viele Menschen sind denn so im Gro, wenn du mal überschlägst, involviert jetzt? Involviert? Ja, an der Organisation. Ähm, also nur an der Orga, ähm, das sind sogar gar nicht so viele, also Orga selbst sind wir, glaube ich, zu fünf, ähm, und der Rest macht halt die Dinge, die anfallen, ja, viele mit Discord-Support und so weiter, Stewarding, Ticketsystem und so weiter und so fort, ähm, aber, aber, also wirklich Orga-Themen sind es, nee, warte mal, das sind mehr, nee, acht, sorry, acht sind das, acht, die wirklich heftig in der Orga involviert sind. Aus allem Bereich. Du scheinst ein guter Chef zu sein, weil du das nicht genau weißt, aber du vertraust den Menschen, die es machen. Ich vertraue den Menschen blind, tatsächlich, die wir haben und das ist auch ganz gut so. Ähm, ich lasse die laufen und bisher bereue ich das auch nicht, dass das so ist. Kann ich verstehen. Also ich habe ja nur schon ein paar von den Leuten kennengelernt, das ist ja, das sind ja schon feine Menschen. Aber wie viele Menschen sind jetzt involviert, so Pi mal Ohre? Also nicht nur so Organisationen? Ja, über 30, doch, habe ich ja gesagt. Über 30. Ach so, ich dachte, du meinst nur Stewards sind 30. Nee, nee, also insgesamt mit den Stewards sind es über 30. Aber ist das ja trotzdem? Und die sind ja auch involviert, die machen ja was. Ja. Aber das ist doch relativ wenig für die Menge an Benutzern, oder? Oder ist das machbar so? Ist das okay? Das ist schon machbar. Also ich glaube, der heftigste Part tatsächlich, wo er am meisten anfällt, ist das Stewarding. Ja. Hier mit den Post-Trace-Reports und so weiter und so fort. Wir haben, klar, wir haben dagegen gearbeitet. Du kannst ja mittlerweile, ohne dass ein Stewarder da je drüber guckt, eine Strafe direkt annehmen oder nicht. Also wenn dich einer reportet, kriegst du einen Pop-up. Hier ist ein Report, guck der Video an. Nimmst du an oder? Nö, Paul Steward entscheiden. Das hat schon viel Arbeitsaufwand wieder gedrückt. Aber, also das ist definitiv so der größte Part, glaube ich, so an den Leuten, die täglich hier was machen. Es dürften über 200 Reports jeden Tag ungefähr sein. Klar, von den Stewards hatte ich immer jeder Zeit. Das heißt, das sind immer nur zwei, drei Mann da am Tag oder so, die da was machen. Aber deswegen sind es auch so viele. Und du brauchst auch so viele, gerade wenn das nebenher läuft. Weil wenn du nur einen hast, der das nebenher macht, dann kommt damit nicht klar. Das kannst du vergessen. Ja. Ja, und dann Discord-Support ist natürlich auch sehr viel. Also Hut ab. Weil die Jungs machen das teilweise, darf man gar nicht drüber reden. Wenn der Arbeitszeit. Oh ja. Ja, so in der Mittagspause und so, weißt du, mal im Discord gucken, mal Tickets bearbeiten und so. Ja, da wirklich, also ich kann nur den Hut von jedem Einzelnen ziehen, der das wirklich so macht und so mitzieht, ohne Ansprüche zu stellen. Das ist schon Wahnsinn. Ja, dafür ist man Teil, also ist halt wirklich so Teil einer, also ich will nicht sagen, das größte Ding im Simracing? Ist ja fast gut, oder? Ich will nicht sagen, ich glaube, das größte Ding im Simracing sind andere. Wenn man jetzt mal Gran Turismo und sowas anschaut, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Nummer oder iRacing. Aber ich sage mal so, wir sind das, über das alle reden. Also wir sind präsent über, also wir sind, wenn du dich mit Simracing beschäftigst und du bist jetzt nicht nur in der iRacing-Bubble, dann fällt der Name LFM früher oder später definitiv bei dem einen oder anderen. Also und ich glaube, wir sind das Portal mit dem größten Wachstum, sagen wir es mal so. Das gucke ich jetzt kurz mal nach. Warte, bei wie vielen Benutzern sind wir denn jetzt? Wir müssen kurz vor 200.000 sein. 189.000. Also ich selber habe angefangen, da waren es vier? Nee, noch weniger. Ja doch, wenn du nur mal 1.000 irgendwas hast, dann waren es 1.000 irgendwas. Oh. Hi. Wild. Aber wie ist denn das so, wie ging das denn weiter so? Ihr habt ja, ihr seid ja, ihr macht ja im Grunde genommen nicht nur Daily Races. Ihr habt ja schon auch Institutionen geschafft, die, ich sag mal, im E-Sports sehr, ja, wie soll ich sagen, Fuß gefasst haben. Wie ist denn das, wie ist das denn dazu gekommen? Ja, auch mit dir zusammen, die VRM zum Beispiel. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden, also kannst du drüber reden, aber das können wir ja dann gleich nochmal anreisen. Ja, wir machen nicht nur das Daily Business oder Daily Racing an sich, wir haben auch Events gestartet, auch mit anderen zusammen, wie zum Beispiel die VCO, damals mit FlexStream. Ich glaube so, das war das erste dicke Ding, was wir so an Land gezogen haben, weil VCO kennt viele, auch die iRacer, weil die VCO ja auch viel iRacing macht und wir sind ziemlich gut mit den Jungs und da wird jetzt auch wieder was kommen. Oh, schön. Ja, wir haben jetzt im September müsste das, glaube ich, sein. Leute von iRacing kennen das, das ist Infinity, was sie in iRacing machen. Wird es jetzt auch in RCC geben mit uns und das wird im September das erste Mal stattfinden. Ja, also ich glaube, neben dem Daily Racing ist tatsächlich diese Event-Geschichte auch nochmal ein riesen Part, der auch extrem viel Einsatz, Zeit und Arbeit erfordert, um das überhaupt so am Laufen zu halten. Ich meine, du kennst das ja selber, wie gesagt, Stichwort VWM, da hast du hier Termine, da Termine, Sponsorentermine, dann musst du Pitch Deck machen, da ist überall vorliegen und so weiter und so fort, dann ständig Meetings, Konzept schreiben, Regelwerke und da hast du dann auch wieder so diese Downside, du hast ein Regelwerk, du denkst, oh geil, da passt alles, da ist alles drin und dann geht's los und dann kommt der erste E-Sportler um die Ecke und sagt, ich hab da eine Backdoor gefunden und wir nutzen das jetzt alle aus und du denkst ja so, na prima, toll, danke. Und dann bist du da ständig am, ich meine, ja, du kennst das, ne, den Pfeil, das ist einfach so. Also, das ist dann so manchmal so der Punkt, wo du denkst, oh scheiße, warum mach ich das überhaupt? Ja, Season 1. Aber ja, so ist das, ja. Ich meine, das ist aber, da brauchst du nur mal in die Formel 1 schauen, da ist das ja nicht anders. Es gibt ein Regelwerk und die Teams haben eigentlich nichts anderes zu tun, als zu gucken, wo gibt's Schlupflöcher und Grauzonen, die wir ausnutzen können. Ja. Das ist halt im Motorsport, glaub ich, überall so. Und da gehört halt auch der E-Sport dazu. Klar, da geht's ja um alles so. Ja, richtig. Da geht's um alles. Ob das jetzt BOP-Sendbagging oder sonst was ist, ja. Das ist, ja. Ja gut, aber da muss man ja ganz ehrlich sagen, da seid ihr ja immer sehr weit vorne, indem ihr das im Keim erstickt. Also, ich meine, wenn man jetzt an VEM denkt, wo Menschen mitten im Rennen disconnected sind und später nochmal wiedergekommen sind, um die schnellste Runde zu kriegen, um da Punkte zu holen. Ich erinnere mich, ja. Ja, das wurde ja direkt im Keim erstickt. Direkt, ja. Wir haben danach direkt eine Regeländerung gemacht. Genau. Das war auch wichtig, also in dem Moment. Das sind Sachen, die hast du auch teilweise gar nicht auf dem Schirm. Ja, wenn du so ein Regelwerk schreibst oder dir Gedanken drum machst, dann hast du nicht auf dem Schirm, dass da ein Team auf die Idee kommt, eine Runde vorher nochmal reinzukommen, fünfmal zu pitten mit neun Reifen, um die schnellste Runde abzugreifen wegen den Punkten. Ja. Ja, das sind aber auch, das sind, ich sag mal, Learnings, die man so mitnimmt, ja, über die Zeit, Erfahrungen, die man sammelt und die man dann frühzeitig auch bei zukünftigen Events ausschließen kann, damit das nochmal passiert. Und ich glaub, ähm, ich glaub, das ist auch ein großes Plus bei uns, weil wir auch mit uns reden lassen und wir auch teilweise, ähm, selbst mit den E-Sports-Teams uns zusammensetzen, gerade was Stewarding, Regelwerke und so weiter betrifft und uns Input geben lassen, aus denen ihrer Sicht, ja, weil du als Veranstalter hast immer eine andere Sicht auf die Dinge als die Teams. Und, äh, da einen Konsens zu finden und dass alle Glück ist hin am Ende, das ist unser großes Ziel und da wollen wir hin. Und ich glaub, da sind wir auf einem guten Weg, sagen wir mal so. Also der Anklang gibt euch ja, der Anklang gibt euch ja recht. Ja, ich glaub, VAM war so, was man so hört, äh, die Teams wollen sie alle wieder. Ja. Und viele sagen, es ist besser als so diverse andere große E-Sports-Dinger in ACC, ohne Namen zu nennen. Ja gut, aber es war ja auch, also ich mein, guck mal, überleg mal, wie lange wir für VAM gesessen haben und gesprochen haben. Ja. Also über Regeln, Rennkalender, Sponsoren. Dann hat das nicht funktioniert. Dann wurde ein Monat, bevor das losging, nochmal alles über den Haufen geworfen und das ganze Konzept nochmal neu gemacht. Äh. Ja, das sind Dinge, die passieren, ne? Ja, Season, wobei, aber man muss sagen, Season 2 war schon wirklich richtig gut. Ja. Also das war, die Learnings aus 1 mitzunehmen, 1 war einfach zu lang so, das kompakter zu machen, das war schon geil. Ja, das war wirklich gut, ja. Das war knackig, das war schön knackig. Wir hatten, alleine wenn ich an den Qualifier zurückdenke, wir hatten über 150 Teams oder so, das ist absoluter Wahnsinn und das Topfeld dann, die waren ja innerhalb, ich mein, das sind zwei Fahrer auf zwei Strecken gefahren und ich glaub, wir hatten nicht eine Sekunde im Overall zwischen P1 und P50. Ja. Und das über zwei Fahrer auf zwei Strecken, das ist kompletter Irrsinn gewesen. Aber da hatten wir ja auch Dinger wie, keine Ahnung, hier, dass sich Leute, hier, Badhurst, die gerade runtergeschoben haben, hier mit Bumpdrafting und, ja, das sind halt auch so Dinge, die passieren, ja, das musst du auch mitnehmen und das irgendwie regeltechnisch direkt ausblenden beim nächsten Mal, damit das eben nicht passiert. Ja. Aber, ja, solange man draus lernt, ist ja alles cool, ja. Wobei Bumpdrafting ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ja, das Problem ist aber, wenn Leute dich beim Draften, die gar nicht im Event angemeldet sind, dann wird's blöd. Dann wird's blöd, das stimmt, ja. Das ist dann eine kritische Angelegenheit, ja. Das ist dann problematisch, ja. Wie bist denn, also, wenn du selber jetzt mal dich ganz kurz hinsetzt und das mal sacken lässt, so, was sind so zwei, drei Sätze, die dir zum aktuellen Stand von LFM gerade in den Sinn kommen? Zwei, drei Sätze? Ja. Also, wenn du jetzt einfach, oder, du kannst ja auch mehr machen, aber wenn du jetzt gerade einfach das, was dir in den Kopf kommt. Es wird weniger. Also, es wird weniger als drei Sätze. Es ist ein Wort, tatsächlich. Der aktuelle Stand von LFM ist einfach nur Wahnsinn. Mehr fällt mir ja gar nicht ein, weil, wie gesagt, ich hab nie damit gerechnet und ich kann es bis heute immer noch nicht teilweise begreifen, was wir da eigentlich gemacht haben mit LFM. Das ist, das ist surreal. Ich glaub, surreal trifft's noch eher wie Wahnsinn. Ja. Siehst du, siehst du dich oder beziehungsweise das alles noch so als, als klein, als kleines Ding so, mein Hobbyprojekt-Ding an? Nee. Nee. Das ist absolut lebensbestimmend mittlerweile. Weil, ich muss mir jetzt auch bald ein neues Hobby suchen. Weil Simracing ist Beruf jetzt, sozusagen. Aber du kommst ja gar nicht zum Fahren. Ja. Richtig. Also, wäre das Fahren noch dein Hobby? Keine Ahnung, du musst jetzt Briefmarken sammeln oder so. Vielleicht finde ich dafür Zeit. Aber hast du überhaupt Zeit für ein Hobby? Im Moment nicht. Also, absolut gar nicht. Ich arbeite sieben Tage die Woche. Das höre ich übrigens seit meiner Anmeldung. Seitdem ich dich kenne, habe ich noch nie was anderes gehört. Ja, das ist aber, wahrscheinlich ist das aber auch so der, der, der Knackpunkt, dass ich eben durchgezogen habe bis jetzt, weil ich das Projekt, äh, ja, weil mir das so ins Herz gewachsen ist, dass ich eben dauerhaft daran arbeite und das pushe. Ja. Aber ich bin halt wirklich, ich bin an so einem Punkt, wo man sagen muss, okay, ich muss jetzt auch mal ein bisschen locker machen, so. Ich habe genug Leute, denen ich vertrauen kann, dass das läuft, dass ich auch mal sagen gar nicht, ich bin jetzt mal zwei Wochen nicht da. Ja. Ja, aber ihr schaukelt das schon. So, und, ähm, ja, letzte Woche hatte ich mal eine Woche frei. Ja, warte, das ist mal mal so ein Versuch, so, kann ich das überhaupt freimachen? Und, hat gut funktioniert. Nee, kann ich nicht. Ja, okay, berichte, berichte. Ja, naja, das war halt, äh, es hat schon damit angefangen, so, so dieses Morgenretour, weißt du so, du holst deinen Kaffee, gehst auf Toilette, Handy raus, Discord. Und schon hängst du wieder drin. Du liest Sachen mit, irgendwelche Leute, die dich über irgendwas beschwert, Backmeldungen oder sonst was. Und dann fängt dein Kopf schon wieder an zu arbeiten. Sachen, die du eigentlich gar nicht machen wolltest über die Woche. Mhm. Aber, ja, du kommst da, das war super schwierig für mich, das wirklich auch auszublenden für eine Woche. Weil sobald da irgendwas ist, was so im Raum steht, ja, denke ich da dauerhaft drüber nach, wie ich das lösen kann. Und, äh, das eine Woche lang nicht zu machen ist, ja, war fast unmöglich. Ich hab dann, wie gesagt, ich hab letzte Woche zwei Wochen, äh, zwei Tage lang, ähm, hier mein, mein, äh, Office umgebaut, Studio umgebaut. Also, was heißt umgebaut, ich hab einen neuen Schreibtisch bekommen und hab hier ein bisschen umgestellt und so. Und war zwei Tage wirklich offline. Also hier waren, Rechner waren aus, äh, Kabel waren raus, alles weg. Und das war so die einzige Zeit, wo ich wirklich komplett nichts mitbekommen hab. Ja. Aber es war immerhin zwei Tage. Aber es war, war auch mal gut. Also, da hab ich gemerkt, okay, ist ja doch ganz cool, einfach mal abzuschalten. Nicht mal Handy, gar nix? Tatsächlich nicht, nee. Auch keine hier aufs Botschaften, Anrufe? Tatsächlich nicht, nee. Ich hab's da tatsächlich geschafft, das Handy einfach, das lag, das lag irgendwo in der Küche und ich hab hier gewerkelt, so. War, war angenehm. Ja. Wild? Ja. Gleich schaff ich's dann doch mal wirklich, so eine Woche Urlaub zu machen. Wirklich Urlaub. Weil letztes Jahr war ich eine Woche in Kroatien, nee, fünf Tage in Kroatien mit meiner Freundin, als ich hier war, aus Korumbien. Da hab ich's tatsächlich auch nicht geschafft. Da lag ich am Strand so. Das ist einfach, ja. Denkst du denn, dass das bei dir mittlerweile auch schon durch diese jetzt vielen Jahre Automatismus ist? Ja. Ja. Ist es. Du bist es einfach gewohnt, das zu tun. Und das einfach mal nicht zu tun, ist es dann, ja, wie, ja, als Raucher. Das ist, ja, das ist ein Automatismen, gerade so das Morgenritual, ja, ist es jeden Morgen bei mir das Gleiche, von Montag bis Sonntag. Und da ist halt auch immer Discord und News lesen, E-Mails checken und so, es ist immer das Gleiche. Und das einfach mal auszublenden, das ist schwierig. Also, wenn du's gewohnt bist zu tun, ist das wirklich schwierig. Also, bist du denn jetzt nach den Jahren, die du das machst, bist du davon müde? Also, dass du wirklich sagst so, ey, wenn ich abends ins Bett gehe, ich werd nie so richtig wach seit, seit ne geraumer Zeit? Oder sagst du einfach so, nö, ist geil, ja, ja. Ähm, es kommt drauf an. Also, ich hab tatsächlich Tage, wo ich mir denke, boah, ich kann nicht mehr. Also, so Luft ist raus, ich muss mal irgendwie, ich muss mal raus. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm. Und wenn ich dann draußen bin, fehlt's mir. Es ist so, ja, schwierig zu erklären. Aber du denkst, du kannst nicht mehr, du bist am Ende, du musst was anderes machen und dann machst du's nicht. Und dann merkst du, okay, du brauchst das eigentlich, weil sonst weißt du nicht, nichts mit dir anzufangen. Das ist bei mir tatsächlich so. Also, wenn ich Dinge mache und durchziehen will, dann zu meistens 200 Prozent. Ich weiß nichts mit mir anzufangen, ist ja eigentlich schon ein sehr schöner Satz. Ja, es ist wirklich so. Also, wenn dein Leben nur daraus besteht, so arbeiten, im Prinzip, ja, ähm, also, was heißt arbeiten, äh, sich um das Projekt, um die Firma zu kümmern. Ja, es ist ja Arbeit. Es ist ja Arbeit, ja. Das ist alles, was du tust, so. Alles. Komplett. Und das ist dann weg. Beste, beste Beispiel, letzte Woche, diese zwei Tage, wo ich das Büro umgebaut habe. Ich saß abends draußen auf der, äh, Terrasse hier in meinem, äh, Hof, Garten. Und meine Schwester wohnt ja auch hier. Und meine Schwester saß da draußen, ich saß draußen auf dem Stuhl und hab einfach ins Leere geguckt. Ich, ich saß so da und hab ins Leere geguckt. Da meint sie irgendwann zu mir, was ist los mit dir? Ist Urlaub so langweilig oder was? Und ich war so, ja. Ja. Ich saß da einfach und dachte mir so, ja, toll, und jetzt? Ich kann das so gut nachempfinden, ne? Ja. Also ich kann mich gerade so richtig gut in dich reinversetzen. Mhm. Ja. Das ist echt, man ist damit verwachsen, so. Ja. So könnte ich das sagen. Ich bin mit LFM verwachsen. Ja. Und allem, was so dazugehört. Es ist halt irgendwann lebensbestimmt, weil das einfach so eine gewisse Leere ausfüllt. Ja. Also ich denke, also ich vermute mal, das ist jetzt, ich rate mal in deine Zukunft, wenn du ein neues Hobby anfängst, wirst du da wie ein Warni drin sein. Wahrscheinlich, ja. Wie so ein Wahnsinniger. Ich wüsste aber tatsächlich gar nicht, welches Hobby das sein sollte im Moment. Ich hab mir auch so ein idiotisches gesucht. Mir fällt da nichts ein. Ich hab mir auch das Absurdeste gesucht, Boris. Also ich geh halt sechsmal die Woche Golf spielen, um genau diese Leere zu füllen. Ja, ist aber cool. Ja. Sollte ich vielleicht auch tun. Aber ich kann das nah empfinden. Du sitzt halt wirklich da, guckst in die Leere und denkst so, Alter, was mach ich jetzt? Genau. Genau so war das. Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Was mach ich mit der Zeit? So den ersten Tag denn? Oh ja, wie gut. Wäsche hast du jetzt schon. Drei Maschinen gewaschen, alles aufgehängt, ist zusammengelegt und sauber gemacht. Hast du jetzt auch schon. Ja gut, kannst du ja nochmal die Dusche, kannst du nochmal die Fugen schrubben und dann sitzt du da nach Tag eins. Und nun? Naja gut, wir können ja nochmal was kochen. Weißt du, dann kochst du dir nochmal was zu essen. Ja. Dann guckst du in dein Telefon. Aber die müssen ja alle arbeiten. Ja, richtig. Die haben ja auch keine Zeit. Willst du ja eigentlich auch nicht an den Rechner gehen, weil das möchtest du ja gerade umschiffen. So, dann sitzt du da und... Genau so ist das. Ich meine, ich hab noch einen Hund, der braucht auch noch seine Zeit. Gott sei Dank. Ich glaub, ohne den würde ich wirklich gar nichts mehr anderes machen als arbeiten. ähm, der ist dreimal am Tag draußen, mittags große Runde durch den Wald und so. Das ist schon, äh, ich sag mal, das hilft. Das hilft, um dich komplett abzudrehen. Ich bin sehr gespannt, Boos, ob du das hinbekommst, das zu brechen. Ich auch. Also im Moment seh ich das noch nicht. Also ich hab's tatsächlich nach zwölf Jahren hingekriegt. Ah, ich sag mal, ich, äh, es kommt jetzt noch, ähm, was, auf was ich mich sehr freue. Äh, äh, und, und zwar hab ich mir ein Auto gegönnt. Äh, es kommt im September. Und das wird dann erst mal so, da freu ich mich so mega drauf. Und dann bin ich, glaub ich, erst mal Autofahren. Ich hab mir ein Auto gegönnt. Da geht also die ganze Patreon-Kohle hin. Hahaha. Ja. In den Fünfladen, Alter. Aber das, äh, aber das, meinst du, das unterhält dich so lange? Ich weiß es nicht. Ich werd's merken. Also mein Auto hat nicht so lange angehalten. Das ist nicht so, so, so erfüllen. Also wahrscheinlich wird's so sein. Ich freu mich mega, bis was da ist. Dann fahr ich drei Tage, dann sitz ich wieder hier. Ja, wahrscheinlich. Okay, war cool, so, alles klar, was kann ich arbeiten? Ja, was hast du denn für eins gegönnt, wenn man fragen darf? Äh, ja, ne, äh, Ford Mustang V8 Mach 1. Ne schöne Knatterbüchse. Ja, schön laut. Tja, freut sich die Nachbarn. Die sind alle alt und hören nix mehr, also Gott sei Dank. Ah, dann geht's ja, dann ist ja alles entspannt. Ja, das war, ey, keine Ahnung, ich wollte einfach mal, ähm, ich war immer sehr understatement-mäßig unterwegs mit Autos. Ja. Und hab da immer sehr zurückhaltend, äh, ich mein, aktuell, mein Auto vor der Tür ist ein Seat Leon Kombi. Ja, also, ultra langweilig. Weicht doch. Aber den behalte ich sogar, weil der ist bezahlt, den fahr ich jetzt seit zehn Jahren. Ja. Die Karre ist bezahlt, da hat der Hund Platz im Kofferraum. Das geht mit dem Mustang natürlich nicht, da kann ich den Hund nicht mitnehmen. Ja. Ähm, aber, und ich wollte jetzt einmal nochmal auf die Kacke hauen, so autotechnisch. Du hast ja lang genug gebufft. Eben. Und deswegen hab ich das jetzt einfach mal gemacht. Und macht das drei Tage Spaß? Mal gucken. Genau. Und da steht der hier rum und kostet Geld. Wie das so ist mit Autos. Oh. Ich seh mich gerade in dir selber, so durch deine Augen. Wir sind sehr, sehr ähnlich, was das angeht. Ja, glaub auch, ja. Ja, wir sind da sehr ähnlich. Und dann steht man so, dann hat man so den Pablo Escobar-Moment, weißt du, kennst du diese Bilder, wo Pablo Escobar im Pool steht und solche Momente so. Da seh ich dich und ich in so einer Compilation. Ich seh uns das auch mal nachmachen irgendwann, weißt du, so. Ja. Wir machen Bilder und die Community darf dann dieses Meme nachmachen. Und dann stehst du so vor deinem Auto, ich steh am Fenster, du sitzt draußen, guckst in die Lehre, ich sitz auf dem Balkon und es ist einfach so, ahhh. Das ist halt echt so. Manchmal frage ich mich wirklich, Boris, also ich meine, du hast ja auch schon ein gewisses Alter erreicht und Lebenserfahrung. Manchmal frage ich mich wirklich, ob wir das irgendwann nochmal hinkriegen. So dieses, wie soll ich sagen, also in die Normalität zurückzukehren. Weil ich würde schon sagen, dass das ein bisschen unnormal ist. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Eltern so, weißt du, ich weiß nicht, wie deine Eltern unterwegs waren. Ich glaube, diese Normalität, die gibt's für Leute, die selbstständig sind, nicht. Weil du anders an Sache drangehst, als wenn du jetzt irgendwo im Büro arbeitest. Weißt du, wenn du einen Job hast irgendwo, du kriegst dein Gehalt, aber am Ende juckt dich der Laden nicht, weißt du, was ich meine? Du gehst da rein, morgens um acht, schrubbst deine Zeit runter, gehst abends wieder nach Hause und schaltest ab, so, weil es dich dann nicht mehr interessiert. Aber in unserem Fall, ja, wir sind selbstständig. Ich meine, im Prinzip in LFM, in der Firma, da steckt man ein komplettes Leben drin. Also wenn das weg ist, dann ist mein Haus hier weg, da ist alles weg. Deswegen, ich glaube, das ist so mit ein Grund, dass du anders an Dinge rangehst, weil du, weil das eben deins ist. Ja. Ja. Kann ich da. Und vielleicht, weil wir beide so der Typ Micromanagement sind, vielleicht so. Das ist für mich auch gerade ganz, also wirklich, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Für mich ist es sehr komisch, jemanden gerade zu haben mit Paul, der sich jetzt hier mit drum kümmern, wo ich mich zu 100% verlassen kann. Also wo du einfach sagst, okay, ich muss da nichts machen. Ich muss da nicht gucken, ich muss nichts kontrollieren, ist egal, ich weiß, das wird gut. Es ist sehr komisch und setzt die Maßstäbe für andere echt hoch. Geht dir das auch so? Ja. Ja, ist so. Aber so Leute habe ich auch bei mir. Also wirklich, wo ich weiß, da muss ich nicht nachfragen. Das ist einfach gut. Aber das, also, ich glaube, je älter wir werden, desto mehr Menschen, bräuchten wir davon, weil, also denkst du, dass deine Akkulaufzeit, bist du, ich sag mal, in Anführungszeichen, bis ins Rente machen wir beide eh nicht, das weiß ich. Jetzt stell dir, stell dir das mal vor, du bist 60 und sagst, du willst nicht mehr arbeiten. Würdest du das jemals aussprechen in deinem Leben, zum aktuellen Wissensstand, den du jetzt hast? Eher nicht. Ey, das wäre, also nur die Vorstellung für mich ist die Hölle. Könnte ich gar nicht. Das ist für mich die Hölle, die Vorstellung einfach so. Ja, dann bist du da genau an dem Punkt, so was fängst du da mit dir an, mit der Zeit? Kannst du nicht jeden Tag fünfmal Rasen mähen? Weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Ich meine, ich sehe es bei meinen Eltern, beide Rentner, die haben nichts zu tun. Die haben nichts zu tun. Den ist dauerhaft langweilig. Mein Vater geht dann irgendwann mal Fahrrad fahren, so 20 Kilometer. Aber das hast du ja auch irgendwann gemacht, so, weißt du? Tja. Wild. Ich will da gar nichts dran denken. Das ist schon, das ist das Schöne. Also ich stelle mir das schwierig vor. Also klar, mein Ziel ist da schon mal irgendwann zu sagen, okay, meinetwegen, ich verkaufe jetzt den Laden hier, ja, und lass dann fünf gerade sein. Aber tatsächlich, das sich jetzt vorzustellen, das geht gar nicht. Nee, funktioniert nicht. Also jetzt, vom Hörensagen kenne ich mir so die Geschichten von den Chefs, also cheflichen Menschen, um beide Geschlechter zu inkludieren, die dann einfach irgendwann einen Herzinfarkt kriegen vor Langeweile. Die gibt's auch, ja, tatsächlich. Das ist halt so jahrelang geballert und gebufft, Alter, irgendwann so. Und dann nichts mehr. Und dann nichts mehr. Ach, scheiße, jetzt kann ich doch sterben. Ja, so ungefähr, ja. Der Körper sagt dann so, ach, kacke, komm, hau ab mit dem Mist. Also es ist gefährlich, ja. Ich glaube, man muss so den seichten Entzug machen, Boris, weißt du? Ja. Man muss so den seichten Entzug machen. Ja, deswegen ist das, was du sagst, du brauchst da mehr Leute, auf die du dich wirklich verlassen kannst, aber du weißt, das läuft, um dich selbst so Stück für Stück rauszuziehen. Ja. Ja. Also ich wüsste momentan nicht, ob ich das überhaupt kann, so mich wirklich da rauszuziehen. Also im Moment seh ich das gar nicht. Überhaupt nicht. Ich hab jemanden in meiner Community, ich würde mal sagen, das ist ein gemachter Mann, so. Der hat geballert ohne Ende, ne? Schöne Grüße gehen raus. Der weiß auch, dass, er weiß das auch, von wem ich rede. Oder dass er angesprochen wird. Das ist ein richtig gemachter Mann, ne? Also der hat geballert wie ein Warni. Und dann ist er in den Ruhestand gegangen und also, ich sag mal so, hat sich gelohnt, der Ruhestand. So, ne? Also Firma verkaufen und alles dies und das. Und der war dem irgendwann langweilig. Und dann hat er was Neues angefangen. Also der, also ich würde mal behaupten, von den Erzählungen her, der war fertig. Also der hätte wirklich, der hätte alle, vier, fünfe gerade sein lassen können, der hätte nie wieder was machen müssen in seinem Leben. Ja. Aber ihm war langweilig, jetzt hat er was Neues gemacht. Und... Das kann mir auch passieren, ja. Und bringt das halt wieder so an den, an den Punkt, dass es halt funktioniert, wenn es nicht sogar schon funktioniert. Pff. Ja, das ist halt so witzig, sich mit dem zu unterhalten. Ja, du, ich, ich meine Firma, ich verkaufe, war genug raus, war fertig, dies, das, anderen, das, so. Aber, aber mir war, irgendwann war mir langweilig, du. Also, ich glaube, das kriegst du auch mit einem Hobby gar nicht mehr kompensiert, so. Ja. Weil du das so gewohnt bist, das ist wie, wie du vorhin schon gesagt hast, wie rauchen. Ja, das ist so. Es ist... Es ist wie atmen. Ja, es ist wie atmen, ja, genau. Es ist so, wenn das nicht mehr da ist, das fehlt einfach komplett. Ja. Und dann, also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt hier, ich gehe jetzt in Rente, in Anführungszeichen, ja, Laden ist verkauft, vielleicht wird der mal richtig viel wert, das heißt, ich müsste vielleicht nicht mehr arbeiten, ja, wäre natürlich traumhaft, wenn es so wäre, aber tatsächlich, wenn ich dann, keine Ahnung, hier sitze und dann wieder in die Lehre gucke, so, Rasen auch schon gemäht, weißt du, Wäsche gewaschen, und dann fängst du wieder an, irgendwas zu machen, ne, dann baust du wieder irgendwas anderes auf. Ich meine, wie gesagt, bei mir war es ja jetzt auch schon das zweite Mal, erst mal die Musik, ja, das ging ja auch bei Null los, und jetzt mit LFM, ja, und wenn das mal nicht mehr ist, ich weiß nicht, was ich dann mache, ich glaube, dann bist du auch in einem Alter, da findest du nicht mehr unbedingt einen Job, das heißt, du musst selber irgendwas machen, wenn der so langweilig ist, aber irgendwas wird mir sicher einfallen dann zu dem Zeitpunkt. Ich hab das letztes Mal bei einer Community gefragt, so, was macht ihr, um mal runterzukommen? So, also, wie füllt ihr eure Zeit? Ich hab das so alles gelesen und dachte mir so, oh, okay, so halt, ich liege auf dem Sofa, ich sitze in der Sonne, ich geschwimm, ne, ich gucke mir bei Netflix eine Serie an und denkt so innerlich, oh, oh, okay, ja, gut, interessant, ich hoffe, dass ich da nochmal hinkomme irgendwann, also, ich versuche das auch gerade so ein bisschen, aber es haut nicht so hin. Ja, schwierig, ja, ich meine, ich schaff's nicht mal abends im Bett irgendwie noch eine Serie zu gucken oder so. Wie gehst du einfach schlafen oder was? Ja, ich geh, also, ich sitze meistens hier im Büro bis, keine Ahnung, zwölf, halb eins, eins, manchmal auch noch länger und, äh, dann lege ich mich ins Bett und denk so, oh, cool, jetzt guckst du noch irgendwie eine Serie und dann schläfst du. Dann mach ich den Fernseher an, schalte irgendwas ein, was ich gucken will und bumm, und später schlaf ich. Das hab ich mir übrigens abgewöhnt, das mach ich nicht mehr, Boris. Nee? Nee, ich geh wirklich ins Bett und dann ist alles aus, weil einfach, dass der Kopf mal zur Ruhe kommen kann. Ja. Mal runterfahren und nicht noch extra noch wieder was verarbeiten muss, ey, das hab ich mir, und ich bin so froh, seitdem schlafe ich so viel besser, einfach zu sagen, ich leg mich jetzt hin, ich decke mich zu, ich nehm die Katze und dann schlafe ich. Und dann ist Feierabend. Boah, ich bin schon immer so ein, so ein Fernseher im Schlafzimmer Typ. Ich war das immer. Schon immer gewesen. Ohne Scheiß, Boris, mein ganzes Leben, mein erwachsenes Leben, ich auch, wirklich. Immer ein Fernseher im Schlafzimmer oder ein Tablet und ich war, irgendwann war ich so weit, ich musste immer was dudeln haben, um einzuschlafen. Immer. Also. Ja, genau so ist das bei mir auch. Und selbst wenn ich im Urlaub bin und irgendwie mit Error, also meinem Kumpel in einem Zimmer penne, da ist immer was an, hab ich mir abgewöhnt. Hab ich mir wirklich gesagt so, nee, jetzt ist Schluss. Ich sag mal, das ist wahrscheinlich besser auch, um selbst runterzufahren. Ja. Weil gerade wenn der Fernseher läuft, ja, du schläfst da auch nicht wirklich ein, weil du hörst immer so im Hintergrund, dass da noch irgendwas dudelt, ähm, dann läuft er noch zwei Stunden, bis der ausgeht und so. Ah, es ist, glaub ich, nicht, nicht förderlich, sag ich mal. Ah, das hab ich mir, also seitdem geht's mir auch recht besser. Und auch die erste halbe Stunde am Tag kein Telefon. Nichts. Nix. Rausgehen, frische Luft, Sauerstoffe austauschen, was trinken, kein Telefon. Oh, das ist so viel. Also, man merkt das halt wirklich. Ich kann, also, ich denke, korrigier mich, wenn ich falsch liege, du hast halt immer so ein bisschen Druck auf der Brust und auch im Kopf, nehm ich an, weil du hast ja Verpflichtung, also du ja, du ja auch, und irgendwann hast du so viel Druck auf dem Körper, den musst du ja irgendwie mal loswerden. Mhm. Ja, das hat mir wirklich sehr geholfen dabei, also auch mal durchzuatmen. Ja, vielleicht soll ich das auch mal probieren. Weiß nicht, ob dir das, also bei wie, weil ich weiß nicht, ob dir das hilft so, weil mir war das wirklich gut. Also auch mal. Man kann's ja mal versuchen, vielleicht hilft's ja. Aber dann liege ich wahrscheinlich, also dann kenne ich mich, dann liege ich im Bett und denke mir so, kacke, ich brauche jetzt einen Fernseher. Ja, hatte ich auch, habe ich auch alles gehabt so, aber dann habe ich, tatsächlich habe ich dann angefangen mal ruhig und bewusst zu atmen. Ja. Du weißt nicht, das ist super entertaining, ob du es so glaubst oder nicht, mal so richtig zu atmen, so bewusst auch zu atmen. Und dann so, okay, jetzt kann ich schlafen. Es hat mir wirklich eine Weile gedauert, also das ging halt nicht so einfach, aber es hat zumindest jetzt funktioniert. Ich habe das jetzt gerade am Wochenende, als wir 24 gefahren sind, habe ich das gemerkt. Ich habe früher mindestens eine Stunde gebraucht, wenn ich im Schlafzimmer war, bis ich eingeschlafen bin. Und diese, also dieses Wochenende habe ich das jetzt gemacht und bin ins Bett gegangen. Also ich war duschen, bin ins Bett gegangen, habe geschlafen. Oh, das war wie ein Segen. Oh, ey, also, du bist morgens aufgestanden, geil, Alter, jetzt geht's los. Und sonst immer so, öö, erst mal duschen, Kaffee, öö. Das ist so doof, ne? Ja, das ist, ich schlafe dann auch noch ziemlich schlecht, ich wache ziemlich oft auf in der Nacht und so. Echt? Ja. Ja, bin dann morgens immer so geredet, weißt du, so, öö. Ja, das, äh, das habe ich glücklicherweise nicht mehr. Ich habe es, äh. Ja, da sollte ich vielleicht mal dran arbeiten. Weiß nicht, muss ja jeder für sich selber wissen am Ende, ne, wie es, wie es. Ja, mich nervt das natürlich. Also, wenn du, keine Ahnung, alle zwei Stunden wach bist auf einmal, ja, und dann denkst du, toll. Wie kannst du wach sein, wenn du den ganzen Tag ballerst, Alter? Eigentlich müsstest du ja komplett tot sein. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das, äh, ist halt so. Ich meine, ich schlafe dann auch wieder ein, aber dieses ständige Wachwerden-Einschlafen, Wachwerden-Einschlafen, das redet. Ja, weil du kommst gar nicht mehr wirklich so in diese Tiefschlafphase. Also, und, äh, ja, dann wachst du morgens auf und denkst, ich hatte ein LKW überfahren in der Nacht. Ähm, ja. Das ist auf Dauer sicher nicht völlig. Das kenn ich du zu gut, Mann. Ja, das ist einfach. Was? Und dann rollst du dich so aus dem Bett, ja, weil bin der auch nicht mehr der Jüngste, so, Bandscheibenprobleme. Und, ähm, also wenn ich morgens aufwache, muss ich aufstehen, weil mir tut dann alles weh und ich muss aus dem Bett raus. Ja. Weil egal, worum ich mich drehe, es schmerzt einfach. Und dann, dann läufst du erst mal so gepückt durch die Bude, bis du gerade laufen kannst und denkst, ah, ja, das, äh, schwierig. Kommt mir alles sehr bekannt vor. Ja. Ah. Ja, aber ich glaube, wir geben als Menschen, also was heißt Menschen, sagen wir mal so, in dieser Runde, in der wir hier sitzen, geben wir einfach nicht genug Acht auf uns selber, glaube ich. Ja, das stimmt. Also das, äh, das ist bei mir definitiv so. Meistens gebe ich mehr Acht auf die anderen um mich rum, als um mich selber. Kommt mir ja auch sehr bekannt vor. Ja. Ah, vielleicht wäre das mal so ein, so ein Anliegen für uns beide bohres, dass wir uns das vornehmen sollten. Ja. Kann auf jeden Fall nicht schaden, glaube ich. Hm. Ja, also ich meine, es könnte hilfreich sein für später, weißt du, wenn die Rente immer da ist. Das ist richtig, ja. Ja. Absolut. Ich habe mir da tatsächlich ein schönes Ziel selber gesetzt, äh, wenn ich, ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal Opa werden sollte, weil es, also, puh, da müsste ich aber ziemlich lange noch, äh, da sein, äh, dann möchte ich zumindest auf den Spielplatz gehen können mit meinen Kindern. Dann, das habe ich mir vorgenommen. Das ist auch immer meine Motivation. Hm. Ich glaube, bei mir ist der Zug schon abgefahren. Das wird nichts mehr. Ah, 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 ah. Ich glaube, ich, ich, ich sehe mich nicht mehr mehr als Vater mittlerweile, mit Mitte 40. Kann alles passieren, Mager. Ja, ich meine, gut, wenn es passiert, dann ist das so, aber ich, ich sage mal auch, ich habe selbst das nicht in der Planung, dass das passiert. Ähm, ich lasse das eher so auf mich zukommen. Und wenn es da mal so ist, dann nehme ich das natürlich auch an. So ist das nicht. Ja, das ist der Nachteil von so, von so einem Job, ne? Das ist richtig, ja. Da ist man irgendwann verheiratet. Ja. War ich schon. Also, habe ich schon hinter mir. Hast du schon hinter dir? Habe ich schon hinter mir, ja. Oh ja. Lief nicht so gut an. Alles mitgemacht. Hochzeit, Scheidung, alles am Start. Ui. Ja. Lief nicht, sagst du? Äh, lief, lief nicht, ne. Weiß gar nicht, warum. Kann mir nicht so. Ich schon, aber. Ja gut, aber du hast ja auch schon ein paar Jahre noch Vorsprung, ne? Also. Ja, ja. Ich sage mal so, aber trotzdem, äh, auch, ich habe mit meiner Ex-Frau kein böses Blut, wir verstehen uns immer noch gut. Oder wieder, sagen wir es mal so. Dann ist doch alles gut. Wenn das Kriegsbein begraben ist. Ja, völlig. Völlig. Also, absolut. Ist halt, jo, ist halt, wie es ist, was willst du machen? Ist so lehm, wie es ist. Ja, eben. Man kann niemanden zwingen zu etwas. Richtig. Ne? Also, kannst du schon, aber funktioniert meistens nicht. Lass uns mal, lass uns mal so einen Schwenk wieder zurück machen, nachdem wir so ein bisschen, äh, abgedriftet sind. Ausgeschweift. Ausgeschweift, was ja auch gar nicht schlecht ist, ne? Also, finde ich persönlich nicht. Man kann sich ja darüber auch mal unterhalten. Ja, klar. Wie sieht das denn, äh, was, was, was sind so, deine Pläne oder eure Pläne wohl, bemerkt ihr seid ja, bist ja nicht nur du, du bist ja nur der, also nur in Anführungszeichen der Papa. Was sind so eure Pläne? So, was sind, was sind die Agenda für, für 2025? Da steht einiges an, sagen wir es mal so. Also, es ist einiges angedacht. Ob das wirklich so passiert am Ende, kannst du ja nie voraussagen. Ähm, aber wir haben uns auch personaltechnisch nochmal verstärkt und, ähm, gerade was so Dinge wie Zukunftsentwicklung und so weiter und so fort, ne, äh, angeht. Ich meine, äh, ACC wird nicht ewig funktionieren. Ähm, das heißt, wir werden uns breiter aufstellen, dass die Plattform auch weiterhin relevant bleibt. Ähm, AMS 2 ist ja jetzt das nächste Ding, was kommt. Ähm, dann werden wir weiter noch an Events arbeiten. Ähm, auch nicht nur in ACC, auch in anderen Sims. Ja, auch, äh, Sims, wo man für uns vielleicht noch nicht vermutet. Aber, ähm, wird man dann bald sehen, was das ist. Ähm. Mario Kart? Geil, Alter! Ja, geil, ne? Ja, Mario, äh, sicher. Okay, dann kann ich ja endlich mit meiner Switch mal wieder fahren. Cool. Ja, ja, okay. Stell dir mal ein Endurance-Rennen in Mario Kart vor. Das wäre, glaub, super ansprechend. Ich hab immer noch so eine unglaublich wahnsinnig tolle Idee, Boris. Ähm, Nesca Endurance-Rennen. Maga. Nesca Endurance-Rennen mit Fahrerwechsel. Mit Fahrerwechsel, 24 Stunden Detona. Ach du Scheiße. Maga. Okay, das ist wild. Maga. Das ist wild. Denk dran, wo ist... 24 Stunden Vollgas. So, pass mal auf, pass mal auf jetzt. Wir, wir zwei Hübschen, wir waren, wir waren beide die Ersten, die diese unglaublich bescheuerte Idee hatten, 24 Stunden Bathurst zu fahren. Ja. Wir waren, glaub ich, wir waren die Ersten, die 24 Stunden Bathurst gemacht haben. Boris, 24 Stunden Nesca Endurance-Rennen. Mit allen E-Sportlern. Aber so, wirklich so ein Shits und Giggles-Event. 24 Stunden Nesca mit Fahrerwechsel. Aber mit Nesca. Ja, also wirklich mit Nesca nur Vollgas und Bump-Draften. 24 Stunden. Ja, ja, also Nesca, das ist schon, das ist eine harte Nummer. Geht das überhaupt? Das kriegen wir irgendwie hin. Also theoretisch ja, weil die Funktionalität hat, iRacing ja in dem Fall, ist ja schon da. Am S hat ja auch Daytona-Oval und sowas alles. Am S hat Daytona, aber da funktioniert der Fahrerwechsel noch nicht. Ah, so, vielleicht kommt das ja noch. Ja, also wohl, ähm, sie haben es auf der Agenda, sagen wir es mal so. Ob das am Ende wirklich kommt oder nicht, kann ich noch nicht sagen. Äh, aber schauen wir mal. Aber ja, das wäre sicher witzig. Also 24 Stunden Daytona Nesca. Halleluja. Das ist dann aber eher so Kategorie-Fun-Event. Ja. Ja, das ist Kategorie, du hast den Arsch auf dem, Alter. Ja, das ist dazu, ja. Oh, das würde ich so fühlen, Alter. 24 Stunden Nesca, Alter. Und die ganze Zeit. Das wäre ein Träumchen. Ja. Und dann können wir wetten, abschließen, wie viele Yellows gibt es über die 24 Stunden. Ja. Und vor allem, wie viele fahren am Ende noch. Das ist auch nur so ein Ding. Ja, man muss halt ein paar Quick Repairs reinmachen. Ja. Aber das wäre, also, das ist sicher, das ist so ein Ding. Ich glaube, das hat noch niemand gemacht. Nee. Das hat echt noch keiner gemacht. 24 Stunden Barthurs ist auch keiner gefahren früher. Das ist richtig. Das haben wir auch gemacht. Ja. Und war geil. Ich werde mal, ich gucke mich mal um. Ich gucke mich mal um, was man so machen kann. Ja. Ich mache mal die Fühler, strecke die mal aus. Ja. Ich kontaktiere dich. Mach das. Zurück zum 25. Erzähl, was ist jetzt? Gib uns doch mal einen Teaser. Irgendwas. Was Kleines. Komm. Ein Teaser. Ja, gut. Bitte? Ja. Ich habe ja gesagt. Ja. Okay. Ja. Du erwischst mich gerade ziemlich kalt. Also ja, S2 ist so das nächste große, dass ich jetzt, aber das ist ja schon bekannt. Naja, gib uns nicht hier alten, kalten Kaffee. Und es wird noch mit der einen oder anderen Simbas passieren in der Zukunft, da kann ich aber noch nichts zu sagen, sagen wir es mal so. Ja, ja, ja. Es laufen schon Gespräche in diverse Richtungen und ja, wir haben unter anderem auch was an der Angel, was eine Serie aus dem echten Leben ist, die viele auch kennen, wo vielleicht auch was passiert virtuell bei uns. Kann aber auch noch keine Namen nennen. Aber es ist, also definitiv haben wir, ähm, doch einiges, einiges im Petto, was da noch kommt. Und hoffentlich bleibt das auch so. Schön. Aber am meisten freue ich mich aber tatsächlich auf, ähm, das, was jetzt im Hintergrund so noch passiert, unabhängig, äh, von Sims oder sonst irgendwas, sondern, äh, tatsächlich, äh, wirkliches Business, was gerade so im Hintergrund läuft, ähm, mit dem System an sich. Das, äh, ist jetzt schon mal nochmal eine ganz andere Hausnummer als das, was wir bisher gemacht haben. Aber das, das wird nochmal eine richtig coole Geschichte, glaube ich. Und, äh, man wird von uns noch hören, auch in anderen Gebieten. Das ist, glaube ich, der beste Teaser, den ich machen kann. Macht ihr, entwickelt ihr jetzt Raketen und fliegt zum Mond? Vielleicht. Würde ich fühlen. Schön mit LFM-Logo drauf. Die LFM-Flagge auf dem Mond hissen. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich hab aber für mich selber noch eine Frage, Boris, die ich jetzt, äh, im Anschluss dazu noch stellen möchte. Gibt es Features beziehungsweise Funktionen, die in das System eingepflegt werden demnächst? Neues? Jein. Hm? Äh, was ich sagen kann, wir sind da an was dran. Äh, wir haben ja dieses, äh, Livery-Kiste. Ähm, für AC, ACC. Da sind wir an was dran, um das Aktuelle zu verändern. Ja? Ohne zu viel zu verraten. Äh, aber in der Richtung wird noch was passieren, auch was App und sowas angeht. Da ist auch ein bisschen was am Köcheln. Aber da, ja, lasst euch überraschen. Also, ich kann weder eine ETA oder sonst was dazu geben. Ja, ist alles gut. Aber auf jeden Fall kochen wir, wir kochen. Sag mal, wir sind am Kochen. Es geht ja nur um... Also, es wird, es werden Dinge passieren, ja. Okay. Dann hab ich noch eine Folgefrage dazu. Ja? Äh, gibt's denn Köcheleien für das Design der Homepage? Ja. Köcheln, köcheln, wird geköchelt, ja? Da wird ordentlich gekocht, ja. Hm. Aber gibt's auch kein ETA, ne? Ne. Da, das mach ich, da mach ich das ganz konservativ. Ähm, wir sagen, ja, es passiert was. Es kommt was, aber ich sag nicht wann. Ne, das ist ja okay. Es geht ja nur darum, dass man mal was gehört hat. Ja, ja. Also, wir sind da definitiv, ähm, also, die komplette Seite an sich wird umgekrempelt. Ja. Das find ich gut. Das find ich sehr gut. Das freut mich. Das ist auch, ich sag mal, das ist auch nötig mittlerweile. Wenn man überlegt, also, wie das Ganze entstanden ist damals. Das war ja, als ich die Webseite gebaut hab damals, für unseren Cup, ja? Da hab ich einfach, ich hab nach nem Template im Web gesucht, äh, nem Angular, äh, Template. Und das war das Beste, was ich gefunden hatte damals. Und dann hab ich das Ding halt genommen. Und hab's umgebaut. Und seitdem halt, wird alles da drauf aufgesetzt, so, und irgendwie reingepriemelt und sonst irgendwas. Und dann sind wir halt an so nem Punkt, erst mal, ich kann's nicht mehr sehen, weil ich's seit drei Jahren jeden Tag angucke. Danke. Wir haben zwar immer so kleine Dinge geändert, aber, ja, wir sind halt jetzt an so nem Punkt, wo wir sagen, okay, einmal, einmal auf links, bitte. Und, äh... Ich muss aber auch sagen, ich kann's auch nicht mehr sehen. Ich kann das auch nicht mehr sehen. Ja. Vor allen Dingen jetzt, weil, weil, das ist mir letztens gerade aufgefallen, weil ich, äh, da war und was geguckt habe. Wenn ich auf meine Account-Seite gehe, dann ist die so richtig maximal unattraktiv. Die ist so, die ist so richtig maximal unattraktiv. Ganz viel bunt, also so ne Mischung aus grau, schwarz, rot, deine Lizenzen noch dazwischen. Du hast halt irgendwie so das Gefühl, eine, okay, cool, meine, meine Profilseite ist in einen Dings reingefallen, in einen, äh, in einen Farbtopf. Aber das find ich schön, dass ihr, also ich find das wirklich toll, dass ihr, ähm, ja, dass ihr da dran arbeitet. Find ich gut. Ja, das war, also das, das mussten wir jetzt auch machen. So, weil, weil irgendwann kommst du an den Punkt, ja, auch, auch was das Backend angeht, also den, den Core-Code, der hinten dran hängt und so. Ähm, so nach der Zeit, da gibt's halt, kommst du an Punkte, wo du weißt, du würdest diverse Sachen mittlerweile komplett anders lösen und machen. Und da wird auch dran gearbeitet. Also im Prinzip machen wir einmal neu. Also nicht alles, ja, weil vieles kann man auch weiterverwenden oder ein bisschen umbauen. Äh, aber, ja, da sind wir auf jeden Fall dran. Da passiert was. Das wird aber, also ich sag mal, es wird nächstes Jahr. Aber es kommt. Das kann ich versprechen. Das find ich gut. Ich möchte übrigens nochmal einmal eine ganz kurze Sache, äh, ansprechen. Und ich weiß nicht, auf wem, wem, von wem das, äh, also, aus welcher geistigen Feder da das gekommen ist. Aber mir wurde letztens zugetragen, dass wenn die ACC, Matchmaking-Server offline sind, kann man bei euch trotzdem noch fahren. Ja. Wer hatte denn da so viel Frust, dass er gesagt hat, äh, können wir das bitte umgehen? Du? Ähm, tatsächlich, also, das Tool, das das möglich macht, ist nicht von uns. Ja. Davon abgesehen. Ja. Ähm, das ist, das ist, äh, jemand, der bei uns auch auf dem Discord unterwegs ist. Nennt sich Lone Miao. Ist, äh, glaube ich, ein Finne. Oh. Ein Softwareentwickler und der hat dieses Connector-Tool gebaut. Und, äh, mit dem hatte ich geschrieben und, äh, weil eben, also, tatsächlich, er war wohl auch genervt davon, dass ständig irgendwie die Lobby-Server weg sind und dann hast du einfach keine Chance mehr, was zu fahren. Ja, und dann haben wir uns gedacht, alles klar, das Ding ist cool, das bauen wir uns mal mit ein. Und, gut, jetzt hast du das Problem, dass du musst die Leute irgendwie dahin kriegen, das auch zu benutzen. Ja, weil kaum sind die Server offline, machen alle Disney, oh Gott, oh Gott. Ja. Ich bin angemeldet, was passiert mir beim Rating? Hilfe. Äh, obwohl wir mittlerweile, also, wenn die offline sind, kriegst du bei uns sogar ein Pop-up, so, pass auf, du bist zu einem Rennen angemeldet, aber die Lobby-Server sind weg. Du musst diesen Connector benutzen. Mit Anleitungen und so weiter und so fort. Wir hoffen also, dass das jetzt, äh, fruchtet und die Leute es benutzen. Aber bisher läuft's, also die, die es benutzen, sind zufrieden und es macht sich halt wirklich komplett unabhängig von den Lobby-Servern, was, äh, auf Dauer geschickt ist, sagen wir es mal so. Ja, die sind ja doch das eine oder andere Mal weg, oder? Die sind hin und wieder mal offline, ja. Aber das ist auch cool, dass sich da wieder Leute zusammengefunden haben und gemeinsam an was geglaubt haben, so. Ja, das ist, das ist immer, ähm, ich meine, das sieht man auch bei Assetto Corsa, ich höre mal, ACC und AC, beides, beide Sims werden nicht da, wo sie sind, ohne die Community. Das ist einfach ein Fakt. Naja, sagen wir mal so, Kunos trägt jetzt auch nicht unbedingt so viel nette Sachen dazu bei, um's jetzt mal nett auszudrücken. Um's wirklich mal nett auszudrücken. Ich sag mal, ich sag mal so, sie verlassen sich auch sehr viel auf die Community, sagen wir es mal so. Also ich meine dafür, dass, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Q3, AC, nee, AC Evo kommen sollte. War richtig Q3? Äh, ich meine, es ist Herbst, Spätsommer, keine Ahnung, irgendwie so. Also es wird wohl irgendwann, irgendwann droppen, aber es weiß ja niemand. Du, das, vielleicht kommt das nächste Woche so. Hey, wir sind da. Ich glaube, genau so wird es passieren. Also nicht, dass das nächste Woche kommt. Ja. Sondern das kommt ohne Vorankündigung. Das wird gedroppt. Ich verstehe die nicht. Das wird, das wird so ein Surprise-Drop. Ich verstehe die Boys, also die Boys, Girls, Menschen, ich verstehe die nicht. Ich raff die wirklich nicht. Also ich hab, weiß ich nicht. Das ist, ist halt, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht ist das eher eine Strategie so. Wir machen das einfach so, weil wir das schon immer so machen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber das wird definitiv... Aber lassen wir uns überraschen. Also das ist ja, AC Evo, es weiß ja eigentlich noch keiner genau, was es wird. Man hat es zwar, diese Bilder und Teaser gesehen und so, also Nordschleife ist drin und Emola und Brands Hatch. Ich meine, ich hab man gesehen in dem Trailer ein paar Autos wie den 992 GT3 Cup und ein paar historische, wie den 190er Evo, Bands und so. Ja. Aber was wird's? I don't know. Das weiß keiner. Ja. Außer der italienische Podcast, der irgendwo stattgefunden hat, wo nur Italiener sich freuen können. Ach ja, mit Marco, meine ich, ne? Ja. Auf irgendeiner italienischen Messe oder so war das. Ja. Da hab ich mir auch gedacht, so wollt ihr mich eigentlich komplett verkackeiern hier? War schon fies, ja? Und ich sag, oh toll. Ich würd auch gern wissen, was die da erzählen. Ja, na gut, aber es ist am Ende, wie es ist, weißt du, das kannst du, du kannst es nicht erinnern. Du hast da keinen Einfluss drauf, wenn sie es so machen wollen, wollen sie es so machen und dann ist gut. Ja, es ist, von außen, wir haben sowieso keinen Einfluss drauf, also keine, äh, wir können nur hoffen, dass es gut wird. Ja. Also ich sag, ich, ich geh mal schwer davon aus, dass AC Evo qualitativ schon ein gutes Produkt wird. Ja. Also da geh ich ganz schwer von aus, ja. Aber was, was es am Ende wirklich darstellen soll, AC Evo, weiß halt noch keiner. Wird's ein Open World Game, ala was weiß ich, Forza Horizon oder so, oder wird's, wird's einfach nur so ein Track Day Sim, wie AC am Anfang auch war, wo du mit Straßenautos über Rennstrecken prügeln kannst und mal mit dem Rennwagen zwischendurch, wird's ne Renn-Sim, weil nobody knows, ja? Es ist wirklich, ich hab keine Ahnung. Also das ist irgendwie so, das macht's aber auch wiederum interessant, weil jeder spekuliert. Also wenn du vorher wüsstest, okay, das wird einfach ne neue Renn-Sim, heißt halt AC Evo und ab dafür, dann wär's vielleicht langweiliger, drüber zu reden, als wenn du nichts weißt und spekulierst. Bei mir ist das genau umgekehrt. Findest du? Ja, mir ist das mittlerweile völlig egal. Okay, das kann natürlich auch sein. Also gut, ich geb auch zu, ich beschäftig mich jetzt nicht jeden Tag mit Evo. Genau, also, ich überhaupt gar nicht so. Man wartet halt, wenn was passiert, ist es da, wenn ich halt nicht, ist halt so, ja? Eben, Wenn's da ist, wird's gekauft, dann wird reingeguckt und dann gucken wir mal, was da ist. Genau, genau so ist das, ja. Der Rest ist Schnuppe. So sieht's aus. Ja. Boris, mein Hübscher, ich würde jetzt so langsam zum Ende kommen. Wir sind, wir sind halt wirklich schon eine anderthalb Stunde drin und ich denke, ich habe genug. Wir würden noch locker nochmal anderthalb füllen, glaube ich. Das würden wir machen. Ich habe immer nur so das Gefühl, so anderthalb Stunden ist so der Sweet Spot für die Menschen und es muss auch immer noch Folge 2 geben. Ja. Ich hatte das schon mal erzählt, es gibt einen Podcast da draußen, wo die Leute so lange den Podcast aufnehmen, bis sie sich nichts mehr zu erzählen haben. Und die längste Folge ging acht Stunden. So. Und genau das... Das ist eine Menge. Das möchte ich gerne nicht machen, weil SimRacing hat nicht so viele Gäste, dass man regelmäßig Folgen aufnehmen kann. So hat man jetzt das... So hat man das Glück nochmal, weißt du, sich nochmal zu sehen. Man muss sich das weise einpeilen. Gerne. Immer wieder. Ja, ich würde das auch sehr gerne machen, wenn wir das Daytona-Rennen gemacht haben. Haha, ja. 24 Stunden Deska-Daytona. Ja, da sehe ich uns. Das ist so geisteskrank, das ist schon wieder gut. Ja, da sehe ich uns einfach, absolut. Kennst du die Geflogenheiten mit dem Minispiel in dem Podcast? Jein. Also, ich weiß, dass da irgendwas passiert immer am Ende, aber was das genau ist... Genau. Pass auf, es ist jetzt so, dass wir uns ein bisschen mit untereinander auf eine spaßige Art und Weise, wir sind ja alle Racer, äh, battle. Und zwar gibt es hier die Kategorie Content Creator slash Racer und Menschen, die was mit Simracing zu tun haben, aber nicht unbedingt Content Creator sind. Und am Ende des, ähm, am Ende des, äh, Podcastes sagt der Gast an, wie viele Kommentare er erwartet unter dieser Podcast-Folge. So. Ich sag mal so, in der Kategorie, äh, Mabix, Dave Gaming, Tim Heinemann, Noah Eder, äh, Nils Naujux, Niklas Huben, da bewegen wir uns so in Bereichen von 300 bis 400 Kommentaren, die sich gewünscht wurden, also die kämpfen da oben richtig. Im Bereich so Shiro, Handrik Gambal hab ich jetzt auch, äh, mal so in die Ecke mit reingeräumt, weil der hat ja noch nicht so ein Standing. Da bewegen wir uns so bei 120 bis 130 Kommentare. Mhm. Wobei Tim Heinemann hat, äh, 164 gesagt, also der ist auch so ein Mittelding. Irgendwann müsste man tatsächlich mal eine Tabelle damit, äh, anfertigen, äh, dass man sich das auch mal ansehen kann. Hat das zufällig jemand von euch da draußen... Zwei Rangliste. Ja, genau. Hat das jemand mal mitgeschrieben, zufällig? Weil sonst müsste ich das irgendwann nochmal machen. Aber wo würdest du dich denn jetzt gerade sehen, Boris? Bei wie vielen Kommentaren? Was denkst du, hast du, was für einen Rücken hast du? Hm. Das ist, äh, das ist wirklich eine gute Frage. Ich sag mal, das könnte enttäuschend werden. Es könnte aber auch, äh, explodieren, ne? Das ist immer, das ist... Aber ich sag mal, also ich will auf jeden Fall dreistellig. Ich, ich sag mal, ich sag mal 110. 110? 110. Ich muss mal eine Sache kurz nochmal kontrollieren, Boris. Also, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt am Handy bin. Und zwar, Dave Gaming hat die utopische Zahl 444 gesagt. Ich kontrolliere gerade mal kurz, wie weit Dave denn jetzt ist. Dave ist bei 245, also der hat sein Ziel noch nicht erreicht. Das ist aktuell der einzige... Ich warte. Ja, ich warte. Ich, ich ändere meine Zahlen. Ich geh in die Vollen. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass bei uns, dass bei uns, ähm, die Zahl 255 eine besondere Bedeutung hat bei LFM. Ja, weil... Erstmal ist das, die Firma heißt 255 Systems. Ja. Die hinter LFM steht. Ich hab am 25. Geburtstag. Ja. Ähm, wir fahren E-Sports immer mit der Nummer 255. Das E-Sports-Team heißt 255 Competition. Deswegen sag ich 255. Boris, ich hätte jetzt, also wirklich, ich bin ganz ehrlich mit dir, ne? 255 is alrighty. Alright? Aber du musst mal, du darfst nicht vergessen, Boris, du hast einfach, du hast ja, wenn wir es jetzt völlig übertreiben, hast du fast 190.000 Leute rücken. Ja. Du könntest quasi nach den Sternen greifen und sie alle wegfegen. Du könntest, du könntest quasi, du bist ja sozusagen der Godfather, ist ja so, von LFM und damit hast du ja auch ein sehr, sehr großes Standing im Simracing. Du könntest in den Olymp aufsteigen und zum Beispiel ist nur eine Idee, 1255 machen. Okay, pass auf. Aber dann musst du halt auch alle Register ziehen am Ende. Ja, 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 pass auf, pass auf. Ich meine, ich habe es zweimal in meinem Leben Hobby zum Beruf gemacht, bin Risiko gegangen, dann machen wir das jetzt auch. 1255. 1255 Kommentare? Ja. Meinst du, wir zählen die nächste Folge mit rein und addieren? Oder die nächsten 3, 4, 5, keine Ahnung, ich weiß es nicht. 1255 groß. Ja, aber du hast einen großen Rücken. Ja, ja, richtig, ja, das ist korrekt. Aber, ich sage mal so, von dem großen Rücken, mich kennt da gar nicht jeder. Ich merke das immer wieder beim Fahrt. Die wissen gar nicht, wer ich bin. Aber ja, also, der Rücken ist groß, man könnte da, also, ich könnte, ja, man könnte da vielleicht im Discord oder so, keine Ahnung. Also, das, aber ich, ja, ich gehe jetzt hier rein, gebe dir meine Hand drauf. Wenn du 1255 Kommentare erreichst, ja, dann werde ich deine, dein, egal, egal, wer da irgendwann kommt, egal, du wirst diesen Platz auf dem Olymp oben nur für dich behalten. Da würde ich nie, da würde ich niemals, jemand wieder da runternehmen dürfen. Okay. Niemand. Das heißt, du wirst deine, das wird ein hartes Ding, aber ja. Du, du kriegst von mir höchstpersönlich, danach, wenn das erreicht wurde, deine eigene Kategorie. Du kriegst dann die, die eigene Kategorie, die da aufgezählt wird. Und ab heute nehme ich als Feedback mit, ich werde mir alle Podcasts selber nochmal anhören und ich werde diese Rangliste auch noch, äh, erstellen, sodass man das sehen kann und du wirst deine eigene Position kriegen. Das heißt, wenn du irgendwann mal ins Bewerbungsseite Gespräch gehen solltest mit irgendwem, kann ja sein, kannst du sagen, ich bin dem Olymp des Dessikers gelandet? Ich habe, ich habe die Triple Gold Medaille gewonnen. Das ist, das ist gut. 1.255, ey. Da kann ich richtig auffahren dann. Ja, also 1.255 ist schon sportlich, Alter. Das ist echt eine gewagte Nummer, also ich, aber, du kannst doch überlegen, wir sind noch drin, wir sind hier, wir tauschen uns nur aus. Also, also, ich sage mal so, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ja, man muss ja auch mal richtig hochgehen und das mache ich jetzt. Okay. Also 1.255. Boris, pass auf, weil wir schon, wir haben so viele Jahre, wir haben so viele Jahre ein gutes Verhältnis miteinander und ich möchte das gerne pflegen. Ich gehe mit rein und sage auch, dass ich mehr als die Hälfte aller Kommentare beantworten werde. Ich gehe mit rein und sage dir, ich werde meine Zeit genauso noch dafür mit aufwenden und werde mehr als die Hälfte noch beantworten. Okay. Damit sich das auch lohnt. Ja. Ich gehe, ich gehe da mit rein. Wir kriegen dich, wir kriegen dich auf den Olymp. Schau mal. Wir kriegen dich, wir kriegen dich auf den Olymp. Also, das wäre sehr geil, weil, also, 1.255 ist halt wirklich hochgegriffen. also, das ist schon. Soll ich dir die höchste Zahl aktuell sagen? Jaja, sag mal, und wer, wer hat die? Naja, es gibt eigentlich nur einen im Simracing, der das haben kann. Mavix. Ja. Also, es wäre, wäre schon wirklich, äh, wild. Also, ne, so, warte, ich gucke rein, es müsste eigentlich Mavix sein, ja. So, Mavix ist mit, äh, 571. Okay. Mavix hat 571. Und nach, also, das ist eine Aufgabe, das ist eine echte Aufgabe. So, und nach Mavix kommt, Tim Heinemann. Tim Heinemann ist auf 2, mit 338. So, und dann müsste eigentlich Noah kommen. Ne, Noah ist noch nicht in der Playlist, glaube ich, warte. Da müsste Noah sein, ja. Noah hat auch sehr viele gehabt. Also, wenn du das machst, Junge, dann hast du den ganzen E-Sports-Boys mal, äh, gezeigt, wo hier Papi die Locken hat, Junge. Ich, ich, ja. Ich gehe rein, ich komm mit, mehr als die Hälfte, mehr als die Hälfte beantworte ich mit. Scheißegal. Also, das wird, das wird echt ein hartes Ding. Also, also, puh. Scheißegal, wir gehen da jetzt rein. Wir gehen da rein. Wir gehen da rein. Das wird einfach, Es werden keine halben Sachen gemacht. Es werden keine halben Sachen gemacht. Das muss knallen. So, da gehen wir rein. 1255. Warum haben wir eigentlich immer, wenn wir zusammensitzen und uns länger unterhalten, Boris, nur so scheiß Ideen? Oh, lass mal 24 Stunden Bathurst fahren. Oh, lass mal 24 Stunden Daytona am Kreis fahren. Ja, lass mal. weil wir beide die nötige Portion Bescheuertheit im Kopf haben, um solche Dinge zu machen. Eww. Da sehe ich uns. Ich sehe, da sehe ich uns. Ich freue mich drauf. Wir schaffen das, Boris. Ich sage dir das. Du, ich mit der Community, nee, du, die Community und ich, wir schaffen das. Let's go. Let's go. Der Gast schließt immer den Podcast ab. Ich werde jetzt aber gleich vor dir schüß sagen. Ich sage dir das nur, kannst du deine Worte sammeln für dich. Du darfst für alles Werbung machen. Alles. Du hast vollen Freifahrtschein. Du kannst alles bewerben, auch wenn es Konkurrenz zu meinen Sponsoren ist, weil das möchte ich dir jetzt einräumen, dass du das auch darfst. Also an dieser Stelle darfst du volles Fund reinhalten und ich schließe jetzt die Podcast-Folge ab, denn ich werde dich, definitiv nochmal in eine zweite zurückholen, wo wir uns einfach mal nochmal unterhalten werden. Denn ich genieße die Zeit tatsächlich sehr mit dir, Bruce, und ich bin dir, ich selber als Nils, bin dir sehr dankbar dafür, dass du was geschaffen hast, womit ich persönlich meinen Lebensunterhalt für mehr als zwei Jahre verdienen durfte und auch immer noch darf und kann und ich dir für immer und ewig dankbar sein werde dafür, das weißt du auch und ich werde dir, wenn ich dir helfen kann, werde ich dir immer helfen, wo es nur geht und ich freue mich sehr auf kommende Projekte, die wir gemeinsam machen und uns ja, dort wieder austoben, in was auch immer wir für Ideen haben. Bis jetzt hat ja immer alles gut funktioniert zusammen und ich bedanke mich für deine Zeit, denn die ist sehr, sehr kostbar in den heutigen Tagen und ich weiß das sehr zu schätzen, dass du hier heute drei Stunden aufgewendet hast, um mit mir hier zu sitzen und zu reden und naja, einfach den Nachmittag verbringst und nicht in die Leere guckst, aber in das Gesicht eines anderen, was wahrscheinlich genauso leer wäre, wenn er das jetzt gerade nicht tun würde und dafür bin ich dir dankbar, Boris, ich wünsche dir einen fantastischen Tag und immer weiterhin sehr, sehr viel Erfolg mit LFM und mit den ganzen Menschen, die dir dabei helfen, die ich an der Stelle auch mal grüßen möchte. Wir hören uns auch noch im Podcast. Ja, ja, keine Sorge. Ich habe euch auf dem Zettel und dankeschön. Auf die 1225. Danke dir, dass ich hier sein durfte. Also, ja, jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, wird es länger. Das ist einfach normal. Das passt einfach. Deswegen ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, dass ihr so lange hier ausgehalten habt und zuhört. Das ist ja auch so ein Ding. Und natürlich, Dankeschön an alle, die uns bei LFM supporten. unsere Sponsoren singen, vor allem an voran, natürlich Case King kann man da nennen, Go Set Ups, ICC Drive, SyncMash, Box One Racing und so weiter und so fort. Mein ganzes Team im Hintergrund, ohne die ich heute auch nicht hier sitzen würde, weil ohne die wäre LFM nicht möglich. Und natürlich, danke an alle da draußen, vor allem alle, die bei uns auf der Plattform aktiv sind und alle, die es vielleicht zukünftig sein wollen. LFM support.com Ja, und auf die 1255 Kommentare, Leute. Die schaffen wir. Ich habe gerade 25 gesagt, ich musste mich schämen, Entschuldigung. Du hast 25... Ja, und danach nochmal korrigiert. Gut. 1255. Da gehen wir hin, Leute. Das schaffen wir. Let's fucking go. Let's go. Ciao, Leute, lasst euch gut gehen. Tschüss. 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 Tschüss.